Entschuldige ich die Verspätung, aber jetzt geht's los. Ja. Ja, Sanne hat ja schon so lange euch ein bisschen unterhalten, damit euch nicht ganz so langweilig ist. Und ja, wir spielen jetzt Dark Souls, tut mir leid, wie gesagt, ich muss noch was dringendes erledigen. Ja, danke Camper King. Brauchst nicht mehr. Aber das Slender Let's Play ist jetzt nicht mehr nötig, weil es geht jetzt los. Und von daher, danke für alle, die gewartet haben, danke für die Geduld. Darf ich dir was sagen, was du jetzt alles noch erzählt hast, ne? Bei den anderen müsste jetzt am Anfang erstmal Werbung kommen und dann hört man deine Quatsche am Anfang nicht immer. Ehrlich? So geht's mir. Man muss sich zuerst YouTube Werbung angucken und dann geht das Team los und dann hört man die schon reden. Oh, das ist ja doof. Okay, gut. Ja, hi Leute, die Werbung brüllte mir ins Ohr. Ja, Tatsache. Ja, das ist das Problem. Deswegen kannst du ja nochmal Hallo sagen. Ja, also an die, die jetzt erstmal Werbung hören mussten, hi. Nochmal ein Hi. Moin. Und die Frage, passt das mit dem Mikrofon? Ist das zu laut? Ist das zu leise? Könnt ihr uns alle hören? Ja, die Erlösung, Laser Kid, du sagst es. Nee. Okay. Achja, ich hab die Boxen gar nicht an. So. Nee, das lädt bei Ending, ne? Mhm. Ne, ich kann aber das Spiel ja schon mal haben, das ist schon alles da. Bodo. Genau, hier sind wir. Bei 14 waren wir letztes Mal, wurde schon geschrieben. Die haben echt Mücke gesehen. Achso, wie auf ich gestorben bin. Okay, sehr gut. So. Und so menschlich. So, da sind wir, ja. Und sehen sogar mal halbwegs so in Ordnung aus mittlerweile. Yay. Alles läuft, sehr schön, alles super. Das will ich hören. Großartig, ja. Dann können wir jetzt ja einfach zocken. Oh, ich muss erstmal runterkommen. Ich brauch mal eine, ne? Ja, rauch du mal eine. Oh, ich würde auch so gerne. Nee. Ich lass mich mal ziehen gleich. Ein Salü für Alex. Oder ein Salut. Cousin? Läuft du? Ja, war er. Endlich. Oh ja, Tatsache. Ja, ich war beim Friseur. Endlich. Oh, da hat jemand aufgepasst. Ich will ihm ja cheap schreiben, das habe ich vorhin schon gesagt. Cheap? Mhm. Ja, nicht ganz. So, Internet please, lass mich den Stream nochmal schauen. Gigapudding Gamer, dann musst du am besten den Stream nochmal neu laden oder so. Einmal F5 drücken, dann dürfte plötzlich wieder laufen. Da kommt nochmal Werbung. Echt? Dann kommt wieder Werbung? Ja, dann kommt nochmal Werbung. Ich hab mich einmal versinnlich auf dem Tempel verklickt und war aber woanders und musste wieder zurück und dann kam nochmal Werbung. Ach du Scheiße. Ja, ich guck selber kaum Streams, deswegen weiß ich gar nicht, wie schlimm das mit der Werbung ist und wie sehr es euch stört. YouTube-like, ne? Ohne überspringen. YouTube-like. Da spricht die Expertin, Leute. Mhm. Ja, der Drache hockt immer noch da oben. Willst du nicht nur eine Büchse anziehen oder sowas? Ach stimmt, ich hatte ja die falsche Büchse an. Danke. Oh Gott. Die hab ich mir ja angezogen, weil die so schick ist. Jaja, schreiben sie auch andere Hose und so. Mhm. So, andere Hose. So, jetzt seh ich auch wieder aus wie ein Bodo. Pump-Hose, ne? Wie ein Bodo. So, jetzt muss ich auf die Steuerung erstmal wieder klarkommen. Jetzt roll ich ihn erstmal zu Tode. Ähm. Und wie... Ach ja, stimmt. Ich halte sie ja eigentlich... Eigentlich hab ich ein Schild in der Hand. Da war was. So. Jetzt ist es wieder so, wie es sein sollte. Mhm. Äh. Hi. Den kannst du runter treten. Achso, genau. So war er blocken. Genau. Erstmal muss er hier hinkommen. Wenn er es schafft. Ach ja, sind die langsam. Alles zusammen. Alex, hast du auch Demons zurückgespielt? Ne? Hack der Stream bei euch? Das wäre natürlich doof. Ich hoffe... Er kommt auch nicht vorwärts. Jetzt musst du Musik drunter legen. Uh, da fällt mir was ein. Weiß seh. Uh, uh. Na, na, na! Ich hab die liebe Sanne zwar schon gefragt, aber ich frag dich nochmal, Alex. Soll ich die wegen... Achso, ja, mit Draht und Tat seitlich stehen? Ja, natürlich. Natürlich, immer doch. Jawoll, so. Welch ist er? Ich hab... Ich hab... Okay. Ähm, da fällt mir nur eine Einstellung... Eine Einstellung ein. Ähm, ob ich die jetzt aus Versehen noch anhabe. Dann kann es sein, dass er jetzt auch ganze Zeit am Aufnehmen ist. Mh... Wenn ja, das wäre natürlich doof. Drive Connect... Ähm... Wo geht das nochmal? Ich muss nur ganz kurz was einstellen. Sofort wieder da. Hä? Wo ist denn das nochmal? Stream automatisch als Datei speichern, genau. Ne, ne, alles gut. Bei ihm hakt es. Leckt saumäßig. Welche Leitung hast du, Alex? Ich hab ne, äh... 100.000er Leitung. Also... Powerfreak sagt doch, läuft alles super. Das kommt halt drauf an, wenn eure Leitung zu schlecht ist. Der Laser ist halt auch. Mh... Leckt gar nicht. Also der Stream hat gerade bei Google Chrome gehangen, bis ein zu feierverkollektor läuft es. Okay. Ja, das kann doch irgendwie auch manchmal auch die Leitung an. Mh... Und wie Twitch halt so drauf ist irgendwie. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Achja, hier waren ja diese Ratten. Und ich will mein Schild zurück. So, jetzt haben wir natürlich... So, ich mach's mal ein bisschen lauter, sonst hören wir gar nix hier. Neuladen hat das Problem behoben. Siehste? Nochmal Werbung gucken und dann ist Alex wieder Schild. Ah, super. Na, seht ihr. Also... Hier und da kriegen wir... Oh, 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 oh. Das war dezent knapp. Na, ne, ne fette Ratte. Ja, trotzdem. Die macht genauso. Aua. Hat er auch Lack durch? Ja, siehste. Hat er auch Lack? Leck. Leck. Für mich steht da Lack. Das ist Leck. Na, Leck wär ja dann wieder meins. Alex, nimmst du Freunde auf Steam an? Bis jetzt nehme ich eigentlich alle an. Und Camper King, ich glaub, dich hab ich erst letztens angenommen, ja. Was ist denn Steam? Steam ist das, was ich dir gezeigt habe, wo man die Spiele immer so günstig kauft und so. Ach, das graue. Mhm. Das graue Ding. Das war grau. Das war grau. Du hast vollkommen recht. Ah, meiner Seelen, vom letzten Mal. Das war natürlich... Oh, das war 1200. Full HD Stream, der erfordere... Ja, ja. Ja, sobald ich halt... Wenn ich's irgendwann schaffen sollte, einen Twitch-Partner... Ist ja cool gesprungen. Naja. Wenn ich's mal schaffen sollte, Twitch-Partner zu werden, dann habt ihr natürlich eine Einstellung beim Stream. Dann könnt ihr einstellen, mit welcher Qualität ihr das guckt. Erstmal ist das leider nicht der Fall. Erstmal müsst ihr es so hinnehmen, wie ich's einfach hochlade, was halt schade ist. Wir haben eine ziemlich hohe Chance, Menschlichkeit zu droppen. Ist Steam nicht blau geworden? Naja. Ratten haben eine ziemlich hohe Chance. Also ich bin der Meinung, das war grau. Das war nicht... Das war grau. Ja, das Interface ist grau und an manchen Stellen jetzt im Shop ist es mittlerweile blau geworden. Ja, aber ansonsten... Den hat er mir nicht gezeigt. Was ist Steam? Ja. 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 Moin Cyclops. Nein, du hast nicht viel verpasst. Cyclops. Cyclops ist der aus X-Men. Da, Lightbag. Ja, blau ist das neue Grau. Ja, blau ist das neue Grau. Ja, blau ist das neue Grau. Genau. So sieht's aus. Herbstmode 2014. So, machen wir noch den erstmal fertig. Jetzt machen die sich bei mich lustig. Ist auch okay. Ich sollte mich wieder hinter mein Tablet verstecken. Ah, ja. Du wolltest mich auch mal ziehen lassen. Aber gleich erstmal. Ja, bitte. Rauchen ist ungesund. Ist das nicht ein... Ist das nicht ein Service den ich hier hab? Wir sind halt VIPs. Die die angenommen wurden. Ja, genau. Mhm. So. Währenddessen ganz souverän, weil ich dieses Spiel einfach so aus dem FF beherrsche. Der ist noch nicht tot. Ja, nimmt erstmal einen Schluck aus seiner Pulle. Wo kommen wir denn da hin? Na, echt. Dreist. Da oben sind Armbrustschützen, aber... Guck mal, das Vieh. Das Vieh gefällt mir gar nicht. Ein Schweinchen. Das gef... Fall in Morse. Da hätte ich ausweichen müssen, glaube ich. Ich... Du hattest da oben übrigens die Möglichkeit zur Seite zu gehen. Ich hab... Ich war... Ich bin zur Seite gesprungen. 15. 15! Yay! Ja, ja. Okay. Ja, scheiße. Das ging schnell. Die haben gewertet. Waren das schon 10 Minuten? Ich weiß das gar nicht. Nee. Niemals. Niemals. So. Du warst beim Schwein rechts lang, ne? Scheiße. Beim Schwein rechts lang. Ja, bei 14. Äh, waren wir nicht vorhin schon bei 14? Das war ja jetzt die 15. Ja. Ich glaub, jetzt sind wir bei 15, ja. Denk an die Verzögerung. Ach ja. Ja. Saumäßig abgenommen. Im Vergleich zu den Vlogs war er verjahen. Videologs. Vlogs. Äh... Good job! Good game! Ja, danke schön, Normaniac. Da hast du aber gut aufgepasst. Und ach, hier oben, die sind ja auch noch. Äh, die hätte ich eigentlich auch in Ruhe lassen können. Ja, Studenten haben halt kein Geld, äh, zu essen. Ne? Da nimmt man ab. Richtig. Ich hab ja keine Wahl. Sanne hat keinen Steam-Account, oder? Nein? Was hab ich? Haha! Noch keinen Steam-Account? Ha! Nee. Huh! Sanne hat nicht mal einen PC. Sanne hat nur ein Tablet. So sieht's aus. Sanne hatte bis vor ein paar Jahren nicht mal einen eigenen Fernseher. Ich hab immer noch ohne gelebt. Alle haben verloren. 15, meine Wette passt. Ne, das waren 5 Minuten. Oh! Dezent früh. Ich glaube, das Vieh war einfach mit der richtigen Technik. Ja, ich hätte wahrscheinlich da im offenen bleiben müssen und das Vieh ich dann langsam... Ne, ähm, nach dem Tunnel hättest du einfach zur Seite ausscheren können. Ja. Da waren ja diese schmalen Dinger. Stimmt. Und dann kommt das Ding bestimmt nicht hin. Obwohl, probier's aus. Mhm. Spreche die magischen Worte. Kommt's dazu? Wozu? Wie kommt's dazu? Ich weiß auch nicht. Pudi, Pudi? Du sollst Pudi, Pudi sagen. Sagt er dir, wie man da vorbeikommt. Okay. Ja, ich... Uäh, Ratte. So nicht. Ich bin rückständig. Tja, ich darf jetzt nicht so viel sein und gehe ich wieder auf die Fresse. Wuh! Weil sie schlägt mich ja auch. Oh ja, genau. Weil ich ja auch Muskeln seine... Er hat mich angepflegt, ihn anzunehmen. Ja, ähm... Find ich aus wie Jesse Pinkman? Ja, voll. Wie Jesse Pinkman, der aus Breaking Bad? Die zweite Hauptrolle. Gibt sich immer den alten, den mit der Glatze und dann den anderen, den Chicken. Keine Ahnung. Also von daher nehme ich mal als Kompliment, von daher danke. Ich sehe aber nicht ganz so fertig aus wie der. Absolut nicht. Und der hat längere Haare. Ja, bitte nicht. Die arme Wand. Ach, ey. Pass auf, da kommt gleich wieder das Schwein. Ja. Da kommt gleich wieder das Schwein. Es stimmt zwar, aber es klingt gut. Na, komm her. Hübscher. Jaaa, so ein Schnuggi. Jaaa. Ohohohohohohoho. Ist Opfer häuslicher Gewalt. Pass auf, was sie sagt. Guck mal, Seelen. Schnell, schnell, schnell. Mhm. Bevor ich wieder sterbe. Guck mal, hier an der Seite kann zum Beispiel dann nach links oder so. Stimmt. Da kann ich deutlich besser ausweichen. Er bekommt live auf die Fresse. Lustig. Schwäche Rücken. Ah, man muss dem Viech an seinen Rücken hauen, steht da. Bei diesem Ding da hinten. Das macht irgendwie auch Sinn, dass man den von hinten rissen muss. Sophie, hättest du irgendwas geschlagen. Ja. Das ist ja auch so. Meine beste Freundin meinte, man hat gemerkt, dass du ein bisschen Schiss hattest. Ja, weil ich dann so fuchtig werde, ne. Kommt, kommt ein bisschen so rüber, ja. So, bevor wir uns das Schwein kümmern, können wir uns erstmal um den. Ja, bist du da also? Ja, ach, wir haben Zeit. Hier wird keiner gehauen. Nein. Quatsch. Nicht vor der Cam. Hört ihr das? Hört ihr das? Geht uns dann gefallen? Äh. Ja, ähm. Ähm. War jetzt nicht so mega mein Spiel. Das liegt aber auch daran, dass ich solche Spiele generell nicht, also ich brauch bei sowas zum zugucken und hab wahrscheinlich mehr Angst, als hätte ich den Controller in der Hand. Ja. Man hat die, wie er ja schon während des Spiels mehrmals sagte, man hat hier die Kontrolle nicht. Ich hab gesagt, dreh dich nicht um und er dreht sich um. Was soll ich machen? Ja. Und dieses, das Schlimmste an dem Spiel ist ja nur, man weiß, dass was kommt, man weiß nur nicht wann. Und das ist dieses Kotzige, ne, weil die Angst steigt einfach. Das stimmt. Nicht der Arme, alle Arme. Du konntest nicht mehr. Innen, hinten. Oh Gott, das war nicht der Hintern. Das war, lebt ihm nicht der Hintern. Vielleicht musst du ihn mal am Schwanz ziehen. Der ist aber auch ein bisschen fehlt, der Junge. Du hau ihn doch mal hinten raus. Ja, ich muss nur erstmal hinten ran kommen. Richtig hinten. Wofür ich jetzt sagen, mach doch mal Stase. Ja, wir spielen da aber grad nicht Dead Space. Ne, da sind wir jetzt auch durch. Cooles Gruppchen, Menschen mit Gruppchen sind die besseren Menschen. Ja, das Gruppchen habe ich auch erst, seitdem ich jetzt wieder 25 Kilo abgenommen hatte. Das kann man mal so nebenbei erwähnen. Ja, dein blaues Auge im nächsten Stream. Ja, ich muss mich grad ein bisschen konzentrieren. Puh. Ich smelte den für dich mit Elken. Wo? Ja. Gut. Da kommt der bestimmt nicht rein. Da kommt der bestimmt nicht rein. Da kommt der nicht rein. Das Problem ist, ich kann ihm auch nicht wehtun. Oh, er rennt. Wenn du den linken Stick im selben Moment kurz nach oben drückst, indem du einen leichten Angriff machst, triffst du so... Ne, triffst du zu. So kein Zug, zum Beispiel Schöder. Jetzt hoch. Hä? Hast du scheinlich wirklich auf... Oh. Nein, ne? Ist doch aber ein Schweinekonferen. Wo soll ich den denn treffen? Da stand was von schwäche Rücken. Ach, muss ich den von oben vielleicht treffen? Kann man das Schwein von vorne nicht damagen? Ne, es macht viel zu wenig. Ja, treppe runter und dann von oben... Ja. Die Facecam wird aus unerklärlichen Gründen weggelassen. Mhm. Ach, Mann. Tja, 16. Mein 16ter Tod. Scheiße. War Alex schon auf dem kleinen... Was für ein Turm? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was für ein Turm er meint. Vielleicht muss ich erst mal rechts hoch und mich dann erst mal durchschlagen. An anderen Stellen. Mach ich beim nächsten Mal. Wie ist diese Nachrichten aber auch gekommen? Obwohl da vorne sind auch keine wichtigen. Bis dahin war es ja so. Ja, eben. Ja. Kenne ich schon. So, einer weniger. Plündern. Der ist wild. Ja. Ich muss erst mal hinten ran kommen, der ist wild. Hast du nichts gesagt? Nein. Ich muss bei dem nicht hinten ran kommen. Ach, ich hab das gesagt. Stimmt. Höhlenkriegerrüstung. Hm. Ist leider wieder schlechter an allen Werten. Ähm. Und der Smiley sieht zufällig geil aus. Ja, den will ich auch schick. Ist cool. Da, wo du rauskommst, wenn du die Leiter von den Ratten hochläust. Mhm. Was? Ach so. Ja, an diesem Turm. Da, wo dieser... Ich muss hier immer mitziehen. Ja, kannst du da nicht so ein... Da war doch so ein großer. Weißt du, ich erinnere dich beim letzten Mal? Da kam wieder so ein böser. Ganz großer. Der mich noch fertig gemacht hat. Das war auch meine letzte Aktion im Stream. Das war knapp. Ja, ne. Da fragst du die falsche. Als würde ich da so aufpassen. Ah ja. Du bist mir ja am Schreiben. Jetzt gucken, ne? Wenn du ganz nah genau vor seinem Hintern stehst. Einfach R1 drücken. Dich zu bewegen. Dann schiebst du ihm das schwerte Zins in den allerletzten Gefäll. Ach so. Alexa, mittlerweile gut die Typen mit dem Schild bekämpfen. Dann muss... Sind ja... Sind ja nur einfach. Ah, selbst die Raptor hat mich grad auf diesen... Ach, viel zu viel gehauen. Und dazu bin ich auch noch vergiftet. Geil. Und zwar ordentlich. Kriegst du das gleich? Das ist doch trotzdem. Guck mal. Brandbombe, Wurfmütter. Hast du ihn dann fertig gemacht? Mh. Abend. Ob ich den fertig gemacht hab? Den anderen? Nö, den großen? Der große Bruder vom Pimmelmonster. Ja, genau. Das war der Pimmelnator. Wollt grad sagen. Abend. Ähm. Oegen. Oegen. Oder Ögen. Ögen. Das würde zum A-Böen passen. So, jetzt warten wir erstmal auf ihn hier. So, währenddessen muss ich grad bei der Vergiftung heilen. Gibt's dagegen ein Gegenmittel oder sowas? Weil das hält sich ja... Schäben wahrscheinlich. Das hält sich ja ewig, dieses Gift. Na, natürlich haut er jetzt genau zu, weil er Penner ist. Ja. Immerhin krieg ich meine Seelen wieder. Pimmelnator heißt Havel. Havel. Heißt das nicht Havel? Krüderhaven? Beide Varianten geh ich mal, würd ich mal sagen. Ich glaub nicht, dass du das mit der Vergiftung wirklich hinbekommst. Was? Das ja dauert ewig, ne? Okay. Hab ich da vielleicht schon was gefunden? Komm und schnapp sie mir nie. Lila Moosklumpen. Hast du etwa keine Moosklumpen dabei? Oh nein, da hab ich doch tatsächlich meine Moosklumpen zu Hause gelassen. Verdammt. So ein Pecherbau. Die kannst du nachher kaufen oder auf Farmen. Egal, Pimmelnator ist grüner. Man droppt später lila Moosklumpen die heilen Vergiftung und lila Moosklumpen mit Blüten heilen Toxin. Hm? Ja, was hilft eigentlich ein Stehen wahrscheinlich? Ja, natürlich. Es geht ja nicht, Ernest. Ich mein, du verballerst jetzt deine ganzen Tränke. Ja, was sehr ehrlich ist. Aber immerhin hab ich zehn... Lass dich doch nochmal umkicken. Nein? Nein. Deutsch ausgesprochen auch im Englischen. Havel? Oder Havel? Weil Havel? Havelland? Na eben. Guck mal. Puh. Da weich der einfach aus. Rauch ewig, um bist du... Der rennt aber. Der hat's eilig. Zu sterben. Wie bei Dead Space. Gib da auch schneller von. Na komm. Okay, der. Numero uno. Hm. Na komm 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 komm. Aber die brauchen dich gar nicht treffen. Bis du beim Schwein bist stirbst du sowieso in der Vergiftung. Danke. Danke für die ganzen positiven Aufmunterung-Worte. Bitte. Geht mir gleich besser. Kein Ding. Havel. Havel. Ne. Das geht's immer nicht. Havel wird's auskommen. Wenn man's nicht weiß, kann man beides denken. Das stimmt schon. Okay. Ich kann ja erstmal versuchen auf dieses... Dieses Schwein zu ignorieren. Und Rollattacke! Äh. Ignorier das Schwein mal. Ist ja... Lüder. Also kein Ding. Ich kann hier ja auch ne Treppe hoch. Guckst du eigentlich auch amerikanische Seen? Wie Game of Thrones? Ja, sowas guckt er. Ja. Beide sogar. Harry. Hallo Harry. Haha. Ah! Hier oben. Die Ambos schützen. Oh! Er haut schon wieder ab. Oder? Ich glaube ich nehme erstmal ihn alleine. Weil die Ambos Schützen nerven mich zu sehr. Also Leute. Alex wünsche noch einen schönen Abend. Arika Ballon. Ja, mach's gut. Danke, dass du da warst. Tut mir leid. Warum schreibt man's dann nicht einfach Harvel? Ja. Ach komm doch. Es war aber kurz. Aber er hat ja auch nicht zu spät angefangen, ne? Hm. Ja. Tja. Da will ich heut nix drüber hören, ne? Nicht einruf. Von mir bestimmt nicht. No, niemals. Spiel! Konzentriert dich! Ironisch das klang. Ja, ich bin am blocken. Guck mal, der will einfach nicht angreifen. Ja, dann greifst du ihn wie noch an. Nein, wenn er sein Schild von hat, kann ich ihm nicht wehtun. Ordentlich. Jetzt. Ja, weil er endlich mal weg ist. So. Und jetzt kann ich mich um die Kö... 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 Köden an. Guck mal, wie er da hängt. Kannst du von oben... Aber der ist halt überall gepanzert, ne? Du musst wirklich den Moors treffen. Ja. Und ich glaub, ich muss dann, ähm... Alex, ich höre die Sau. Was? Ich höre die Sau. Du meinst ein Schwein da im Dings. Ich geh mal davon aus. Was ist denn da drin? Ein Köderschädel. Was auch immer das ist. Oh, er geht ins Kino. Was guckst du? Ja, was guckst du? Und Powerfleck sagt immer Bescheid, wie viele Zuschauer... Ja. Ne, er hat sich das Rollen gemerkt. Ja, ich hab ihn auch noch mal dran erinnert. Ja. Vorm Stream. Hat sie wirklich getan. Ah, Englisch, Japanisch. Deswegen... Ja, alles klar. Du trittst zu. Ja, und genau. Und ich glaube, wenn ich hinter dem Schwein bin, muss ich einfach nur... Gar keine Bewegungstaste drücken. Und einfach nur R1. Ich glaub, dann macht er so'n... Aber du müsstest ja eher pieken, um das wirklich zu treffen. Dann macht er diese spezielle von hinten Zustich. Wenn er manchmal auch. Irgendwann noch eventuell... Ach so, hier. So als Final Fantasy endlich fertig machen. Ja. Ja, mach doch mal. Ja, will ich auch. Wann soll ich das denn aufnehmen? Du bist gerade hier. Bin ich schuld. Hört nicht auf ihn. Nein. Nur derzeit bist du schuld. Köderfluch, Köderschädel, wirft das Zeug und das Schwein läuft da hinten. Aha. Ja, dafür brauchen wir aber was, ne? Man kann's ja jetzt nicht hinter das Schwein springen und dem direkt einmal hinten so... Ne, der hat auch oben Platten, wie man sieht. Ne, ich hab auch gesagt hinter das Schwein. Ja. Warte mal, ich könnte... Ich könnte... Ich könnte... Backstab nennt man das alles. Sprungangriff, das sieht irgendwie... Aber der ist gepanzert. Ja, der ist auch oben auch gepanzert. Der kann ja nicht von hinten in den... Hintern... ... springen. Geht her, ich hab beinahe was gesagt, du. Ich schmeiß mal ein... Warte mal, Köderschädel, wie mach ich das denn nochmal? Wie schmeiß ich den Sohn noch mal? Schwerter vergessen. Ach ja, warte. Ah. Da. Köderschädel. Solltest du dann aber auch nicht da unten stehen? Ja. Jetzt geh ich runter. Der merkt das doch gar nicht. Huch, der ist gerade ins Feuer gerannt, der Doofe. Doch, er hat's gemerkt. Jetzt aber auch egal. Ah. Ja, greif an. Warum kommt jetzt noch einer? Der springt auch rückwär... Ich hab ein Schwein an die rückwärts springen sehen. Ich auch nicht. Ich hab immerhin alles erstes mal. Ähm. Nein, dort ist... Oh, jetzt mach der ihn erstmal. Das tut er so. Das tut er so. Was zu tun? So, jetzt muss ich erstmal... Warum hab ich mein Schild nicht mehr? Okay, jetzt trinke ich erstmal ihn aus der Pulle. So. Aber mit diesem Hinterangriff, das stimmt. Ich darf einfach keine Taste drücken. Ach, du bist ja gestorben. Wollte grad sagen, warum bist du nicht mehr vergiftet? Aber ich sag doch, ich sterben will. So. Ne, ne, die Giftung ist weg. Die ist abgelaufen. Okay. So, und jetzt... Nein! Nein! Falte Taste! Was mach ich denn? Das bringt nix. Wir werden ja gleich zu dir kommt. Ich trinkt was. Das war total unnötig. Oh Mann, meine guten Flakons. Wo? Und jetzt muss ich ganz... Zack. Ich hab meine Waffel nicht in der Hand! Du kannst ihn natürlich auch ein bisschen am Hintern rumspielen. Ich glaub, das Kratzen... ...dann bringt's nicht so. Ne. Ich war nicht nah genug dran vielleicht. Hast du denn nicht eine Armbrust? Sowas hast du nicht, ne? Dass du dich irgendwo hinstellen könntest und dann immer schön... Ja, irgendwas muss doch da... Spät, spät. Ja, ja. Ja! Ey, das ist doch... Er rammt ihn voll in den Völker! Was ist denn das für ein Scheiß? Jawoll! Und der schaunstürt er sofort! Geil! Sehr schön! Das ist doch toll! Das ist total bescheuert! Tja. Also Schweineschlachten leicht gemacht, ne? Aber jemand weiß jetzt, wie man ihn tötet. Geschafft! Ja! So sieht's aus. So, der Händler wartet schon. Na du? Der schlägt sogar zu, wenn ich da rangehe, deswegen. Taku? Takudo! Moin! Na? Alles frisch? Das ist leicht für dich. Du machst das ohne Waffe. Oh, die sind aber nett. Wurde sein, die brauchen nicht viel, ne? Der rennt schon weg! Der ist hoch... Achso, ich dachte gerade, der ist ja hochgesprungen. Warte mal. Warum rennen die weg? Die haben keine Fernwaffen. Ich mach jetzt mal ein paar Rollattacken. Ey, die haben auch keine Rüstung, falls es dir aufgefallen ist. Hm. Deswegen sterben die auch so schön schnell. Ja. Aber das fühlt sich nicht gut an. Wenn ihr da rum... Uh! Ernsthaft? So was können die? Wann geht der Stream los? Habe ich was verpassen? Boah! Ach, wann ging? Der ist noch gar nicht so lange, weil Alex fast eine halbe Stunde Verspätung hatte. Ja, leider. Ich hatte leider wirklich was ganz wichtiges. Ich steche am schweinen den Arsch in den ersten Kommentaren. Geil. Hey Alltagsjunkie, schön, dass auch dabei bist. Ja. Hättest du es auf Facebook gepostet, wäre ich nicht gekommen. Ich hatte es auf Facebook gepostet, Alltagsjunkie. Ja. Aber ich ja dann nochmal, dass es ein bisschen später wird. Ach, Cord, Damspiegelung. Ja. Das trifft's. Ne, so nicht, Freundchen. Boah, da reicht ein starker Angriff. Ich will mal eine neue Waffe. Ich meine, wenn es bei so einem Gigantoschwein geholfen hat, ne? Geheim? Geheimschlüssel. Och, Mensch. Da wird ja noch nicht gut hier. Natürlich, yayrollen, natürlich. Hier wird nur noch gerollt. Das hat er sich gemerkt, dass er das letzte Mal so oft angepumpt wurde. Da hast du recht. Also ich hoffe es doch. Ich sitze auch voll bequem hier. Geht so? Immer mal da rüber, ne? Das ist mir zu nah. Ja, so als Freundin ist mir natürlich, wirklich. Ja. Das muss nicht sein. Eben, eben. Absolut nicht. Seht ihr sie denn noch? Ja, ja, so auf jeden Fall. So auf jeden Fall, ja. Aber ich kink jetzt mal einen Schluck, da muss mir ja keiner beobachten. Ach, warum nicht? Zerrollt. Sehr schön. Okay, wo kann ich jetzt überhaupt weiter? Ist komisch, wenn die Sachen so spät ankommen, weil man weiß teilweise gar nicht mehr, worüber wir reden. Jetzt verstehst du mal, wie es mir immer geht. Ja, und nun? Ich frag mich schon, wo ich lang muss. Kannst du das Feuer dahin bringen, wenn man das... Wer steht da eigentlich am Brennen? Nur so, irgendwie aufgespießt da. Der ist ja mal richtig schmerzpervers. Nee, der ist einfach tot. Der ist einfach tot, obwohl du das kennst ja. Nächste Info, wenn du die Rollentaste gedrückt hättest, sprintest du. Ja, das habe ich zum Glück auch mittlerweile endlich rausgefunden. Das war bei den Bossen dezent praktisch. Jetzt habe ich diesen tollen Schlüssel und ich weiß nicht. Oh, hier ist eine Leiter. Ich habe gerade gesehen. Wir sehen dich. Ich habe aber nur eine große Schwester. Schwester, vor allem. Du kriegst doch nicht raus. Nö, sollst du auch gar nicht. Wir müssen wellen. Das wurde nämlich um das Video geschrieben und seitdem lässt du das nicht los. Ja, ich habe das vorhin schon mal angesprochen. Ach so. Ja. Ach, du sagst, dass ich gewisse Wörter nicht anders aussprechen kann. Das ist doch einfach so. Eine stärkere Nahkampfwaffe wäre toll, aber nichts sagen. Furcht, das ist doch so viel lustiger. Stimmt irgendwo, aber... Oh Gott. Was steht da? Zufluchtsort. Mhm. Mal gucken, ob der mich verarscht. Schlüssel ist ein Boss oder so. Wenn du sie während des Springs nochmal drückst, machst du einen Sprung. Der hat keinen... Was auch immer. Aber dafür kommst du damit über manche Abgründer. Alles klar. Invincible Frame. Invincible klingt ja mal richtig geil. Unsterblich. Invincible? Ja. Der sieht böse aus. Ja, doch. Oh Gott. Schnell, schnell, schnell. Los, stark Angriff. Am Ende ist es ein Lieber, weißt du mich... Ja, ich habe gerade überlegt, wenn es jetzt ein NSC ist. Nee, das ist definitiv kein Lieber. Aber du hast ja schon mal ein bisschen was gemacht. Oh, ziemlich, aber... Der ist ein bisschen wendiger. Ich brauche meine Ausdauer. Komm her. Wir kommen doch mit solchen Fachbeschriften. Ja. Ich brauche die Ausdauer. Ich brauche die Ausdauer. Und jetzt... Zack. Stich zu. Ja, er hat auch ein Schildchen. Yay. Bam. Ich habe also lustigerweise... Ritterschild gefunden. Das sieht doch gut aus. Meinst du? Bestimmt besser als meins. Was auch nicht schwer ist. Ritterschild. Yay. Ach, das Höhlenchild war ja auch schon besser. Stimmt. Hatte ich eigentlich auch. Aber nimm doch jetzt das andere. Ja. Den gibt es ja wohl noch... Hat aber schlechte Resistenzen. Und sieht schicker aus. Optik. Ich dachte immer, nur die Frauen sagen, na, das will ich ja haben. Warum? Weil das orange ist oder so. Guck dir das an. Und ich bin mittlerweile auch wieder untot und hässlich, ne? Seit ich gestorben bin. Tatsache. Das kommt mit dem Tod, ne? Das kommt mit dem Stern. Gibt es ja wohl, sind eine wesentliche Kerber bemessen. Solche... Pass auch. Seltsames Wesen. Oh, bruh. Ja, wenn du diese vergangenen Nachrichten noch immer hinterher es liest. Nö. Und so seltsam war das doch eigentlich überhaupt nicht. Und solche Dinge wie Scheiter betätigen oder durch Nebelband haben keinen Punkt in der Rolle, in dem man nicht getroffen werden kann, ist der Invincible Frame. Nö, ist auch komplett korrekt. Das ist nur eher... Das ist eine Sprache, die benutzt man meistens eher zum Beispiel im Spielen wie Street Fighter. Huch. Was macht denn? Ey, dreht sie extra weg. Ja, aber... Der hat aber auch ein dickes Teil da. That's what she says. Okay, also ich habe 1000 Waffen verpasst. Das ist natürlich jetzt irgendwie doof. Und ich muss schon in der Flop kommen. Nee, ich glaube, er hat 15 gesagt. Oh, 15, ja. Danke, dass du so genutzt siehst. Versuch's mit Tarnung. Ja. Ducken kann ich mich ja eh nicht oder so. Gott sagen, duck dich mal. Lootplek, ich sehe hier, wie er gestorben ist. Ein Lightback, es gibt Invincible Frames. Du hast in DS2 einen Stat, der sie erhöht. Der komplett ist so großartig, okay. Warte mal. Da ist zumindest schon mal einer. Und da ist der zweite. Wieder so einer. Naja, hast du ja immer schon. Und der hat ein größeres Schild. Über Untote und einen aus der wilden Untoten. Was erwartest du mit Realismus? Ja, das stimmt. Komm her. Komm her. Wo? Ja, Alex. Rückwärtslaufen ist immer die beste Variante, um irgendwas zu machen. Du musst es ihn ja irgendwie verwirren, ne? Ah, guck, der ist gleich tot. Auch wenn er so trotzdem deutlich schickere Schwert hat als ich. Nee, ist total der Hengst, ne? Und trotzdem, ne? Yeah. Oh, leider lässt er nichts zahlen. Schade. Tarnung, what the fuck, Alex Rambo. Ist doch auch so. Oh, versuch's mit Tarnung. Ich weiß ja nicht, wie man sich hier tarnen kann. Geht sowas? Keine Ahnung. Kann ich mich anschleichen? Naja, willst du ihn nicht mal hauen? Ja, wenn er sein Schild von hat, geht das nicht. Ja, da hat er so'n... Der ist ganz schön kräftig. Ja, deswegen. Der ist ganz schön aurig. Ach, komm doch mal raus da, Mensch. Genau. Jetzt bist du draußen. Ja, wenn, dann haben's ganz schön in sie. Mhm. Oh, die böse waren schon wieder. Nu. Konnten einfach mal umrunden und von hinten abstellen. Die sind ja nicht die schnellsten, ne? Nee, die nicht. Was die... Ich frau mich drauf, wenn die Balder-Ritter ihre Special Move an ihm anwenden. Ey, meine... Eißel... Meine... Ah... Meine Haare und Uhr, Ätzeln. Ich hab mir auch nichts zu tun. Meine Augen, Ätzeln sagt, ich brauch keine Brille mehr. Und ich sitze so, was? Pass auf, scheinbare Wand? Stand hier. Ist hier etwa eine Wand, die nur so tut, als wär sie eine Wand? Stimmt. Du bekommst da einen Zauber, der macht dich unsichtbar. Oder fast. Ah, okay. Pass auf, Leuchtfeuer. Hey, das ist super. Hm. Telt, die Brücke sieht aber nicht sehr viel Traum zu weg. Nicht so wirklich. Du gehst mal hier. Du brauchst Kopf. Was wollen die mit dem Kopf immer? Ja, ich weiß auch nicht. Also, ohne Kopf brennt man nicht mehr lange weiter. Das ist zu verständlich. Ist hier drin Leuchtfeuer? Nicht einfach, wenn ich der Schild stört. Da drin ist kein Leuchtfeuer. Da sind böse. Ganz böse sind da drin. Da ist wieder so eine... Ah. Hi, du hübscher. Da kommt der aber auch angerusht, ne? Ja. Der hat Bock auf Schmackes. Okay, zwei Städchen kriege ich... Oh, sauer. Hm. Tretchen einfach, wenn ich der Schild stört. Natürlich. Ne, nix trinken. Wo haben wir denn da hin? Hast du wehgetan? Was für die Bieg? Ich muss das mal sehen. Wände tun immer nur so, als wären sie eine Wand, was anderes können die gar nicht. So, kommt der Nächste. Da hinten war ein Seele. Und der da hinten ist richtig böse aus. Na, hol die doch links ist mal dieses... Das ist keine Seele, das ist irgendwas zum Looten, aber ja. Ich bin davon aus, wenn das andere erst mal kommt. Ne helle Bade. Bestimmt, ne Zweihandwaffe. Zum Looten? Etwas zum Looten ist... Äh... Loot ist die Beute. Zum Erbeuten, also. Oh, guck mal, ne helle Bade. Alex, wenn ich das so sehe, hast du ja fast eine Glatze. Ja. Na, also. Die magischen Worte. Keine Glatze, nix da. Du, deine Fährste, wo das Leuchtfeuer ist. Ne, er hat eine gut ausgeprägte Stirn. Sie ärgert mich, Leute. Ich habe eine helle Bade. Pass auf, ich kann das richtig gut zustechen. Hier, zack. Genau wie die. Versuch mal mit Tarnung. Aber die Reichweite ist geil. Gleichgewöhnlein? Nö, die ist übrigens doch stärker. Könnt's mal vergleichen. Ich hab ne Ambrus schon gefunden. Dann hast du dem Schwein nicht in Mors geschossen. Soll ich mich jetzt schlecht fühlen? Ich hab dich vorhin übrigens auch darauf hingewiesen, als du mit diesem Schweindarm machen warst, ja? Muss ich erstmal, hab ich überhaupt Bolzen? Ein paar Stolten nach Bolzen. 16 Stück, uh, doch so wenig. Sperr hab ich ja auch schon. Schreitachs? Stimmt, die hab ich damals auch benutzt. Er ist an kaum irgendwelchen Wachen vorbeigelaufen, er hat nur nicht registriert, dass er sie hat. Warte mal. Helle Bade ist leider in vielen Schadensreduktionsdingern weniger, aber ist ja egal. Dafür ist der Schaden deutlich höher und die Reichweite ist cool. Probier ich doch die einfach erst mal. Mach mal. Ja. Was hat der hier? Ein Kellerschlüssel! Braucht man immer. Jetzt kann ich hier das Tor aufmachen. Willst du das? Das ist das Tor, wo wir vorne auf der anderen Seite schon waren. Ab jetzt kann ich hier schneller durchlaufen. Ich glaube, es ist ihm egal, Fuscht. Ist Dark Souls? Gibt's keine Ein- oder Zweihand-Kategorie für Waffen? Achso! Ich kann also jede Zweihand-Waffe mit zum Schild tragen. Finde ich cool. Fuscht? Ja, weil heißt du. Fuscht online. Achso. Ja, nee, das heißt ja, ähm, genau. Und nein, ich sage nichts, Pudi, jetzt zweimal. Ich muss das Leuchtfeuer selber finden. Das hier angeblich irgendwo sein soll. Pass auf, Leuchtfeuer. Ich hab dir mal gerade aus. Ich find hier irgendwas von wegen, Achtung, scheinbare Wand. Wahrscheinlich will die auch angebietet werden. Boah, wie langsam der sich jetzt rollt. Das war mit dem Schwert deutlich schneller. Das ist ein Nachteil. Ey, das Ding ist ja auch umwesentlich. Versuch das mal mit diesem Teil. Versuch das mal mit dem Schwert. Aber ich weiß nicht, wie du eine Rolle vorwärts hinkriegst. Ach, meine... Nein, ich krieg keine Ahnung mehr. Schon verstanden. Da steht noch was? Aber da sind so viele Gegner, als ob da ein Leuchtfeuer ist. Ja, dann guck doch mal. Pudi, Pudi. Ich will nicht jetzt hier sterben. Weißt du, wie viele Gegner ich wieder durchmarschen muss, wenn hier ein Leuchtfeuer in der Nähe ist? Aber wenn Wände immer so tun, als wären sie Wände, was tun sie denn, wenn sie Wände immer... Ja. Und Faye das danach, ja. Ich hab jetzt ne helle Bade, ich kann jetzt richtig zustoßen. Sie voll begeistert, nicht? Ja. Faye hat's verstanden. Du hast es nicht so ganz mitbekommen. Ja, dann stoß mal zu mir selber, aber da kann es... War übrigens getreten. Guck, ist der Schaden nicht mächtig? Ja, hau ihn, ja. Oder schlag ihn, oder... Jetzt machen wir ihn hier noch. Und wenn da links so ganz große Böse drin sind, jetzt mach ich mal nen starken Schlag, boah. Damit trifft man glaube ich ne Menge mehrere gleichzeitig. So, das ist ziemlich gut dafür. Höhlensoldaten, das kennen wir schon. Vielleicht geben die die Nachrichten nochmal nen Tipp, Voluten... Hm. Geradeaus und dann rechts. Den langen Weg und dann in dem Haus runter. Gelobt sei die Sonne. Gelobt sei Pudi. Genau, da hier in dem Ding auch irgendwie so böse Typen drin waren in diesem Häuschen. Gehen wir doch erstmal hier lang. Ah, dann rechts runter. Oh, ich muss niesen. Ja. Pass auf, Freude. Das ist geil. Das war bestimmt ziemlich ironisch gemeint. Nee, wenn's da... Wenn's dann... Hossa. Hossa, ja. Wenn's dann Freundenfeuer gibt. Ja. Nee. Hier ist anscheinend ein Schmied. Ja. Vielleicht ist ein freundlicher Schmied, vielleicht kann ich mir den Waffen kaufen. Ja, ich setz mich auch immer in... riesengroße Häuser... oder Burgen... ganz allein zwischen Untote und Schmiede. Mal drauf. Brauchst Menschlichkeit. Hab ich. Sogar drei. Ja. Wir sind weitergekommen. Ja. Wenn. Betonung auf wenn. Ich bei Sands festeinkomme. Wenn er da ankommt. Na klasse. Das entfache ich jetzt erstmal. Ja genau, falls Alex ankommt. Richtig. Ich muss erstmal die Aushöhlung umkehren. Weil ich will dieses Feuer entfachen. Dann krieg ich immer 10 von diesen Flakons. Uff, ja. Entfachen. Du? Ja, man sieht hier immer so Geister, die ja auch mal waren. Das sind bestimmt andere Spiele. Ja. Spiele vor allem. Bitte, bitte Alex. Ja, danke. Oh, Giga-Podi. Ja. Nee. Bitte nicht auf uns nächsten. Ja, nee, keine Angst. Okay, aufsteigen könnt ihr auch mal wieder. Ich hab's auch schon. Ich hab's sehr gut. Du, der drückt. Noch, ja. Mhm. Dann mach ich doch nochmal ein bisschen die Beweglichkeit hoch und Stärke und Vitalität. Mehr innerhalb mehr kann ich nicht ausgeben. Aber ich muss ja das Zeug auch mal ausgeben. Die Schnelligkeit des Rollens. Obwohl ich mach mal die Stärke zurück. Nur die Beweglichkeit. Für die Serie ja. Takeshi's Castle. Kannst du auch. Nochmal langsam. Takeshi's Castle. Kenn ich die? Nee, nee. Das waren wohl diese ganzen früheren Japaner. Das müssen doch invaded werden. Das sind Begriffe hier, ne? Ja. Ich brauch's noch nicht. Tatsache. Da hast du einen Schmied. Brauchst Menschlichkeit, danke. Hey, hübscher. Well, du musst ein neues Reifel sein. Ich bin Andre von Astora. Der sieht aber immer gar nicht unruhig aus, hm? Mhm. Schmiedewerk aus Waffen verstärken. Ach, jetzt kommt hier so'n Kram. Ging schon kaufen. Was hat er denn? Verstärkung von Waffen am Leuchtfeuer. 21 Zuschauer. Nee, er hat dem DS2-Release gegeben. Das, das, was er da macht, kacke ist zum Skill. Oh. Das, was du wahrscheinlich ihm getan hast. Wahrscheinlich, ja. Zu spät. Zu spät. Na, ich fühl's zum ersten Mal. Deswegen, also irgendwer hat es im letzten Mal schon... Irgendwer hat letztes Mal schon gesagt, so, ja, finde erst Sachen und dann erst und so weiter, aber, keine Ahnung. Ich kann nichts von diesen Waffen anscheinend verstärken. Okay. Kann ich Rüstung verstärken? Nö, alles zu schlecht. Ich kann bei ihm... Nimm ihn doch mit, der kann bestimmt kämpfen, dann brauchst du keine Waffe. Stimmt wär's. Schmeiß ihn einfach auf die nächsten Schweine, die noch kommen werden. Man kann bei ihm aber Sachen kaufen, dann brauche ich, kann ich zur Schmiede am Leuchtfeuer machen, dann muss ich nicht zu ihm laufen. Ganz cool. Jo. Ja, kauf die Schmiedekisten, sagt Laser. Laser. Ja, ich glaub, die machen Sinn. Hm. Ja, egal, was die Dings hat, muss er gehen. Entweder man skillt auf Stärke oder auf Beweglichkeit, aber doch nicht auf Beweglichkeit. Hm, was ist dir lieber? Stärke oder Beweglichkeit? Wie? Ja, du spielst. Ja, aber ich frag dich jetzt einfach mal. Also ich bin ja immer dafür, dass man Muskelprozessen darauf zuschlägt in solchen Spielen, weil weglaufen, da musst du so oder so irgendwann eines die Gegner ran, selbst wenn du dich bewegen. Na gut, dann skilln wir ab jetzt Stärke, sobald ich vielleicht noch Punkt hab. Ey, ich hab 1,3,3,7 Seelen, ist das nicht geil? Das wirst du jetzt wahrscheinlich auch nicht verstehen. Jetzt beckern sie bestimmt, weil ich gesagt habe, dass Stärke es geht. Hättest du seine Seelen nicht für dein Level-Up, außerdem hättest du Waffen verstärken können. Achso, oh. Naja. Ich hab hier eh noch keine so richtig supertolle Waffe gefunden, von daher. Die Waffen- und Wüstumschmiedekiste ist unnötig, nur die Reparaturkiste ist nutzvoll. Jede sagt was anderes. Ja, ich hab ein Hammer-Auge. So viel dazu. Ach, so zwischen Umwandeln und Verstärken ist ein großer Unterschied. Was ist ein Unterschied zwischen Verstärken und Umwandeln? Was bist du denn? Ah! Der ist ja cool! Der ist ja cool! Hmm. 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 Mehr hab ich von ihm auch nicht erwartet. Hey, das ist ein ganz süßer. Hmm. 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 Oho. Entschuldigung. Ich war in der Gedanken. Ich bin Siegmeyer von Katarina. Ganz ehrlich gesagt. Ich rieche auf die Wände. Oder ein Garten, ich sollte sagen. Das Ding wird einfach nicht verfolgen. Keine Zeit, wie lange ich warte. Und oh. Oh, aber ich warte. Die Rüstung ist richtig geil. Ja, hier habe ich es. Ich bin ziemlich kürzelt. Ich bin sehr kürzelt. Ich bin sehr kürzelt. Ich bin sehr kürzelt. Nur ein harter Fontan angeführt zum Sieg. Dann sagt uns... Blitzschießen ist schon ziemlich cool. Ah, das mache ich auch öfter, aber man verliert das Interesse daran. Was muss ich sagen. Die Rüstung ist schon ein Klassiker. Kein Beckling gibt die Tipps, die zum schnellsten Tod führen. Geil! Das ist ja gut zu wissen. Das sieht aus wie der Panda. Spielt Sie mit dem Panda? Wir sind kein Panda hier. Und das Känguru. Ja, ja, stimmt. Obwohl, bevor ich jetzt hier runtergehe und was völlig Neues kennenlerne, will ich erst dieses Haus oben leer machen. Da, wo diese ganz großen Bösen waren. Kannst du mal das Tor für den Dicken auch machen? Ja, wenn ich rausfinde irgendwann, wie, klar, dann öffne ich ihm gern dem Dicken das Tor. Kleriker ist lame, sagt Laserkill, okay? Wieso schreibt man nicht lahm? Warum auch mal lame? Weil das cool ist, weil das wohl Leadspeak ist. Alles klar. Wenn der mit Sahne es nicht versteht. Der mit Sahne nicht versteht? Sahne. Mann. Und wie findet ihr es bisher so, dass hier zwei Leute auf einmal vor der Kamera sitzen und euch voll quatschen? Pass auf, Freunde. Hausaufgaben. Immer dasselbe Thema hier, oder? Irgendwie ist das Thema jedes Mal am Start mit den Hausaufgaben. Ich bin jetzt eigentlich aus der zweiten Skyrim-Shuffle geworden. Als Krieger und mit Mods. Modifikationen. Ja, das wollte ich auch noch machen, aber momentan ist der Kanal noch so voll und es kommen noch so viele tolle Spiele. Was denn Mods? Modifikationen. Also. Die das Spiel komplett verändern. Sanne ist schnuckelig und ihr seid witzig zusammen. Ah. Ist ja nett von dir, danke. Sie ist schnuckelig dagegen. Ich bin begeistert. Das stimme ich vollkommen zu. Gut, hat er in der Stadt angelächelt und ich war total rettiert. Ich bin einfach so ein Erlern von mir. Und normalerweise würde das einen Menschen ja freuen, wenn man angelächelt wird, aber sie, ähm... Ich bin einfach nur geschockt gewesen. Ja, total geschockt. Hurra, erwartet. Ja. Ist mit dem Rücken zu dir, wenn du schnell genug bist? Steinhain. Moin übrigens. Deinen Namen kenne ich noch gar nicht. Versuche nicht gleichzeitig zu reden. Es gibt Kopfauer. Ich weiß nicht, ob ich was bezogen. Hä? Rufsymbol berühren. Was ist das denn? Kann ich mir dann einen Mitspieler rufen oder so? Nie, wo mache ich mal. Oder? Ja. Tatsächlich, ich kann phantom rufen. Englisch und Chemie. Also Englisch. Nee, so Chemie habe ich ja gar keinen Bock. Sorry. Ich finde es lustig mit euch beiden. Ich vermisse Sanne hier im Chat. Soll ich mein Tablet dazu holen? Na, das ist affig. Nee. Ja, natürlich ist das so. Das muss dezent nicht sein. Der ist nicht schlecht. So, Immorse. Das kannst du jetzt ja schon. Okay, den locke ich erstmal raus. Ich hätte ein Rufsymbol vielleicht doch nutzen müssen. Eventuell musst du spät, ne? Cool mit euch beiden, aber ich habe das Gefühl, dass Sanne ihn etwas ablenkt. Ach was? Ich muss halt nur, ne? Trotzdem nur auf den Chat noch achten. Nee, also er muss das ja auch können, ne? Das ist bei dem Spiel generell, bin ich abgelenkt, ne? Das dürfen wir nicht vergessen, weil hier geht es ganz schön ab. Und ich nehme ihm den Chat ja jetzt schon mal ein bisschen ab, den er sonst schon allein lesen muss. Er kann einfach spielen. Meine Kommentare, die hat er so der so gehabt. Eben. So. Frontalangriff, sagt er. Ja, Frontalangriff, ein Schild ist so eine Sache. Und jetzt. Oh, piek. Das Schild bringt also bei dem Angriff nichts. Wie toll deine neue Waffe doch ist. Ja, ich roll so langsam jetzt, ne? Das ist halt schon ein bisschen nervig. Nur mal das Schwert. Oder dauert das jetzt hier lange? Flap. Shit. Aber wir lenken Alex nie ab. Nein. Natürlich nicht. Das würde doch nie in euren Sinn kommen. Und ausweichen. Die paar Male wäre auch ohne meine Anwesenheit gestorben. So viel dazu. So viel dazu. Ein Ziel, der in Chemie und Physik immer eine Eins hatte. Also in Physik, ja, Bio auch. Chemie war ich grundschlecht. Aber Chemie war für mich, da ich das Wichtigste verpasst im Krank und dann kam ich nie rein. Im was? Im Krank? Ich im. Ja, ich war krank und hab das Wichtigste verpasst. Ach so, ja. Ich gebe ihm noch 10 Sekunden. Ja, gut. Da hast du richtig gut geschätzt gerade, ja? Verdammt gut sogar, muss ich sagen. Respekt. Hm. 17. Kommentar los. Ja, ja. Okay. Aber naja, man macht ja den Spiel. Wir machen ihn noch volljährig. Locker. Ja. Nimm den Stack weg im Nutzerschwert. Ja. Ja, es ist mein Regen. Ja, ja. Nee, aber stimmt schon. Ich rolle viel zu langsam. Das gefällt nicht. Und die ist langschwert sowieso schon fast kaputt. Nämlich mal dann. Alex rollt ihn tot. Dann können wir jetzt gleich die Armbrust mal benutzen. Du spiel. Wie geht denn das ab? Guck mal, der rennt aufst du? Der rennt so hoschig mit den anderen Waffen, ne? Hm. Warte mal so. Warte mal. Nee, 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 nee. Wie? Der rollt immer so langsam. Vielleicht wegen dem Schild. Wegen des Schildes, meinst du? Ja, natürlich. Wegen des Schildes. Weil das mehr wiegt. Oder vielleicht, weil ich die Armbrust auch noch anhat. Warte mal. Ablegen. Ja. Weil ich die Armbrust noch anhatte. Das zählt alles ins Gewicht. Weil man Waffen ja auch anzieht, ne? Chief Rep. Ich hätte ihn gerne totgerollt, aber er wollte nicht. Flack. Guck mal, der Schaden unterscheidet an im Vergleich, ey. Ich will mal ein besseres Schwert haben. Ehrlich. Aber du lässt es bei dem Schmiedeheim nicht aufmutzern. Das geht ja nicht. Ich brauche mir erstmal ein paar Seelen. Ich habe immer bei den... Oh, Einschleim. Mathe ist mir zu unlogisch. Naja, Mathe ist... Mir steht eigentlich nur aus Logik. Das Ding ist, ob man dieser Logik folgen kann. Eine völlig andere Sache. Schau mal. Suchst du das, oder? Mhm. Nee. Manche... Manchen Leuten liegt diese Logik einfach nicht. Und da gehöre ich zu. Ich bin ja Mathe scheiße. Ja, guck mal, er hat gesagt, Armbrust ablegen. Haben wir schon gemacht. Mhm. Genau. Dann hast du weniger Gewicht. Hey. Vorhin war ja so ein tolles Rufsymbol. Das hätte ich mal nehmen müssen. Ja, bis später. Ach. Divi. Mach's gut, Divi. Schade. Bis später. Vielleicht machen wir heute auch einen langen Stream. Mal gucken. Wie du Bock hast. Mir ist es wurscht. Bin ich wieder schuld, wenn am Gebrühen würden. Nö. Macht sich denn aber auch schwer. Ich bin in Physik und Bio nicht schlecht. Kommen wir dafür mit meinem Physiklehrer nicht klar. Was für dich zum Lesen. Ich muss gerade töten. Alex, Schildwerk. Zweihandschwert. Stimmt. Wenn ich mal treffe, dann muss es wehtun, ne? So. Dann greif mich mal an, hübscher. Jetzt. Ich roll genau auf ihn drauf. Ich bin auch blöd, ey. Ja. Geil, komm. Das war wieder dumm. Leergeld. Voll die Gelegenheit für dich. Ich weiß. Aber ich muss erst mal heilen. Die verkackte Pony ist schon wieder viel zu lang, ne? Ach, Quatsch. Was sagt ihr, Leute? Ist ihr Pony zu lang? Das war nicht so geil. Keine Angst, Lightback. Ich mache gerade Rekindschweck. Du merkst es gar nicht. Doch, ich habe deinen Abknicken schon bewegt. Oh Mann. Na dann, auf ein neues. Auf ein neues. Falsche Richtung. Das ist nicht mehr so der Obergegner, ne? Ne, aber... Ja. Ihr wisst, also sollte Alex doch auf Beweglichkeit gehen. Jetzt ein Pony reden von den Haaren. Und da ist der Pony doch schon ein bisschen lang. Ja, das stimmt schon. Der Pony ist doch okay. Siehst du, dachte Laser-Kid. Na hier, guck mal. Ich sehe nichts mehr. Nein, Pony ist super. Du bist volljährig. Ja, wuhu. Großartig. Ich wollte nichts anderes als endlich stimmen. Wir haben ihn super aus. Natürlich. Warum hast du den Nom-Nom? Warum nicht? Und das Pony geht? Du bist gemein. Das steht doch da. Aber du musst natürlich darauf hinweisen, dass es geschrieben wurde. Natürlich. 27 Zuschauer und das Pony geht. So. Siehst du? Ich mach die eben Schlaf. Die hier. Aber, hm. Wenn wir mehr Nachrichten anbieten. Ja, ist komisch, ne? Ja, irgendwie schon. Ich hätte vorhin einen rufen können. Hätte ich mal gemacht. Hätte ich mal machen sollen. Das ist jetzt weg. Der hat sich wahrscheinlich direkt angeboten, weil der hier auch stand. Keine Ahnung. Oh Gott, da kommt er schon wieder. Ja. Wie er mit seinem Schild rennen kann. Und mit der Rüstung vor allem. Okay, komm her. Ich wollte diesen heftigen Angriff von hinten machen. Und da muss ich perfekt hinter ihm stehen. So schon mal nicht? Ah, scheiße. Knapp. Oh Gott, er hat meinen Vorschlag gar nicht. Was für ein Vorschlag? Ja, genau. Was für ein Vorschlag? Ja, Chemie ist ja irgendwo auch was zum Anfassen, wenn man es wohne, ne? Mit den Experimenten. Giga, sag's bitte nochmal. Was für ein Vorschlag du meintest? Ey. Ich muss mich heilen. Ganz schön. Gib den Slip nochmal. Das dauert immer so lange. Ja. Bis dahin. Bisschen wieder trüben. Ich glaube, er meint auch sowas wie, was ich skillen soll oder so. Wird mich nicht wundern. Nee. Greif ruhig an. Piek. Jetzt aber. Du schlägst. Manche Gegner kannst du auch gar nicht. Einmal noch. Was ist der Backstab? Backstabben ist er. Backstab? Backstab? Backstabben ist er. Einen Rücken hauen. Ja, genau. Drecksack. Mach ich jetzt auch. Weiter erstmal. Und wenn er Hilfe braucht oder nicht weiterkommt, soll er Pudi Pudi sagen. Pudi Pudi? Was soll ich skillen? Ich kenn mich nicht aus. Das ist ja schon ein bisschen Aufmerksamkeitsgeil, ne? Ein bisschen, ne? Und wo kommt das? Oder in meinem Satz. Hey. Ich verstehe es gerade auch nicht. Zack. Ich finde die glüten. Das ist eine Sau, ey. Okay. Komm her. Komm her. Versuch's. Oh, ich wollte doch genau nach rechts verdammt nochmal. Ich wollte genau in die andere Richtung ausweichen. Ich hab... Ich war gerade am Rollen. Ich war gerade am Rollen. Ey, der... Der heilt sich schon wieder. Der heilt sich schon wieder. Der olle Drecksack. Jetzt aber. Den kann man echt nicht backstabben. Du bist so nöt neben ihm. Zack, zack, zack. Das ist wirklich lächerlich. Okay. Eine Flakon nehm ich noch. Weil ich hoffe, es ist so ein Gegner, der nicht nochmal auftaucht. Alles klar. Alex, es ist umgerechnet besser, wenn du einhändig kämpfst momentan, weil du nur 15 Schaden mehr machst. Und du so auch blocken kannst, da du momentan eher nicht so der Meister machen. Nie sehr nicht. Das stimmt. Also nimm lieber einhändig. Das ist so gemein. Ja. Aber bei denen konnte ich gar nicht blocken, die Angriffe, weißt du? Das ist das Ding. Da, Nachricht. Was ist denn besser, wenn ich auf Schild und ein Handschwert gehe, worauf ich Bock hab? Muss ich dann besser... Beweglichkeit oder Stärke? Dickwanst. Ja, den hab ich gerade platt gemacht. Was gibt's denn hier? Eine Feuerhüterseele. Darauf haben wir schon unser Leben lang gewartet. Was auch immer es ist. Feuerhüterseele. Natürlich nicht. Steigert die Macht des Estos-Flakons. Für immer? Bis ich sterbe? Boah, mein Handy. Dafür zu spielen, ein wandernden Panzer, wo der nichts umwerfen kann und ein agiles Kältchen, das man nicht wirklich trifft. Ja, natürlich ist das weg. Dass man nicht wirklich trifft. Schnelle Waffen, die eher wenig machen wollen. Sann hat recht. Stärke. Okay, mach Stärke. Ganz viel Stärke. Die da hinten bemerken mich nicht mehr, find ich gut. Na dann, eher Stärke. Na gut. Dann hör ich mal auf euch. Es gibt Stärke heute zum Frühstück. Oh! Das ist ein Aufzug. Okay. Das war ein Aufzug. Ah, kenn ich ja schon. Kannst du dir noch grenzen? Das ist jetzt ganz schön schnell, oder? Ja. Also für so mittelalterliche Welt. Nein, Alex ist das für immer dann. Ah! Das ist ja geil. Moment mal, dann muss ich das benutzen. Cool. Ich kann jetzt meine Macht des Estos-Flauchons für immer erhöhen. Das finde ich super. Karo schrieb wegen des Videos von gestern. Schön, dass Alex lauter schreibt wie... Äh, lauter schreibt wie du. Na, klasse. Ich hab nicht wie ein Mädchen geschrien in meinem Slender-Ding. Absolut nicht. Jetzt hab ich Männchen geschrieben, verdammt. Du wirst nicht netter. Jetzt bin ich schon wieder bei einem ganz anderen Schrein. Dem Feuerband-Schrein. Warte mal, das sagt mir was. Fängt da das Spiel nicht an? War da nicht was? Du kannst zu einigen Feuerhüterinnen gehen. Die verstärken dir deinen Estos-Flauchst. Ich hab grad was benutzt und ich hätte warten müssen. Hätte erst irgendwo anders hingehen müssen. Hieroglyphen? Tja. Ja, an Mais oder Kartoffeln hab ich auch gedacht. Ich wollt's nicht sagen. Die Feuerhüter-Seele kannst du der Feuerhüterin geben. Tja, wenn ihr sowas sagt, dass ich die benutzen kann und die dann sofort für immer ist, benutze ich das doch. Woher soll ich das denn wissen? Wenn man so ein Spiel zum ersten Mal spielt, dann kennt man das halt nicht, ne? Tja, das tat jetzt aber weh. Ich roll erstmal ein bisschen. Zur Erholung hier. Ja, ist halt schade drum, aber mein Gott. Hey! Hallo da. Ich glaube, wir sind nicht verabschiedet. Ich bin Petrus von Thurland. Hast du mit uns Business? Wenn nicht, würde ich lieber eine Distanz halten, wenn möglich. Hallo da. Ja, ich verstehe, dass ich geholfen habe, dass wir unsere Distanz halten. Aber ich möchte auch wissen, dass es nicht in Ihrer Wille ist. Hier, mach das. Es hat ein Töntel von Frieden. Nein, geh zuerst. Es ist für dich. Jetzt hast du nur ein paar Seelen bekommen. Oh, das ist natürlich doof. Eine Kupfermünze. Wow. Da freue ich mein Leben auf. Er bezahlt dich, dass du ihn in Ruhe lässt, ne? Ich verkaufe Ruhe. Ja, stimmt. Das Känguru. Ach, jetzt bin ich hier wieder. Am Start, weißt du? Du bist am Start. Alex, was ist aus deinem anderen Kanal mit deinem Kumpel geworden? Mit Bernhard? Ja. Siehst du ja. Nix. Die Frage wurde halt schon öfter gestellt mit der Zockerantenne, was daraus geworden ist. Tja, die Antenne. Ja. Nicht so viel, leider. Kommen da nur noch freundliche NPCs. Keine Ahnung. Ich habe Angst nach drei oder vier Feuerhütter sehen bekommen. Aber ja. Also so wird ist das nicht. Ja, dann siehste. Wenn ich sie finden sollte. Bist du kalt? Ja. Mhm. Bin. Denn du wirst die Heilung nachher noch brauchen, Alex. Ja, Lightback. Aber das Geschehen ist geschehen. Zu spät. Jupp. Dann nehmen wir doch den Aufzug hier wieder hoch. Achso, habe ich ihn ausgelöst vorhin. Schon gewundert. Er hat gesagt, er hat dafür keine Zeit. Wofür? Achso, mit dem Kanal. Ja. Ja. Das hat halt bei Bernhard und bei mir einfach nicht mehr gepasst. Das ist einfach auch verdammt viel Zeit verschlungen. Je nach einer Trennung ist halt einfach nicht mehr gepasst. Das ist so. Ein steuerer Spruch. Lass uns freuen, du rein. Nee, das war einfach nur Zeit. Da musst du jetzt hin. Keine Ahnung. Es gibt nie einen. Ich weiß, hier oben muss ich ja so ein... Achtung. Vor dem Parieren. Dezent, ja. Guter Tipp. Oh, guck mal, wie der das Schwert hält. Wie so ein Fechtmeister. Ja, der kann bestimmt gut piepeln. Oh, der pariert. Ach, er pariert. Jetzt verstehe ich's. Wenn er das Schwert so hält, ist er am Parieren. Aber jetzt gibt's erstmal ein bisschen auf der Mütze. Jetzt hat er pariert. Okay. Bleib an. Sie so hüpfen hören, ne? Warum machst du das nicht? Du kannst rollen. Nee, nee, nee. Nicht mit Flasche hier. Ich kann auch. Zurück hüpfen. Achso. Ja. Nur ich hab ihn irgendwie so an diese Rolle gewöhnt. Ja, dass jemand auch nochmal gesprungen wurde. Ja, eben. Vor dir zäher Feind. Okay. Oh. Oh. Okay. Das ist Neptun. Ich nehm erstmal die hier, inklusive ihrer. Ich traue ihn nicht, wenn er das Schwert so hält. Ja, das hab ich gemerkt. Aber zum Glück hat er nicht zurückgehauen. Ach du Scheiße. Ja, der Mann tau. Das kann ja heiter werden. Zaubert der oder so? Was macht der denn da geiles? Der macht einen Tanz. Einen Tanz des Hohens. Der zaubert. Okay. Ja. Zwar böse. Sorry, Leid, aber das wäre richtig fies, wenn er sowas abbekommt. Genau vor dem Magier. Der Leute, für alle, die es interessiert ist, geht von dem Tag gar nicht mehr auf. Die von dem Tag gar nicht mehr auf. Die von dem Tag Dragon Age Origins bei Ordnung kostenlos. Wow. Ist mir schlecht. Ist ja krass. Ja. Also, falls ihr es noch nicht habt, holt euch. Alter Schwede. Ja, du kannst auch blocken, ne? Ja, ja, aber nicht seine Zauber. Hellige Scheiße. Der hält gar nicht so viel aus. Nur seine Mannen haben mich gerade so genervt. Sau und lässt grüßen. Ja, so ein bisschen, ne? Hm. Naja, aber so lernt man. Ja. Eine Kettenrüstung, das wäre doch mal was. Ja, von das ist. Ja. Platz, was für Spannung und Neue. Merk schon. Naja, schon. Ich guck ja auch zu. Ich sag halt zwischendurch schon gar nichts mehr. Rauch mal eine. Ich will sonst. Er nötigt mich zum Rauchen, damit er einmal dran ziehen kann. So sieht's aus. Wer wird hier an Lungenschiebscreme? Lung-Schrebs-Creme. An Lungenschiebs-Stär-Creme. Oh, er leuchtet. Äh, nicht gut, ja. Geht rein, zack. Ja. So sieht's aus. Naja, es geht immer ein erstes Mal. Doch, schon wieder von da? Ja, klar. Ist ja wie beim nächsten Mal. Immerhin bin ich unsterblich. Hättest du beide aufstechen müssen, das wäre doch geil gewesen. Ja, immerhin bin ich unsterblich, während ich den anderen aufsteche. Zack, siehste. Block. Ich hoffe, dass dieser Dicke von vorn jetzt nicht mehr da ist. Warum renne ich eigentlich genau auf hinzu? Weil du kannst bei den Schilden gucken, wie viel Prozent sie welchen Schaden blocken. Achso, stimmt. Ja, ja, genau. Was war das denn für ein Schaden, das er gemacht hat? War das Blitze? War das Eis? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was für ein Element das war. Und ich hoffe, dieser Große von eben taucht nicht wieder auch. Oder ist das ein... Ha! Der kommt nicht wieder. Und auch nicht die Seele, die ich vorhin gegessen habe, einfach mal. Anscheinend sinnlos. Es gibt doch immer ein letztes Mal. Ja, da ist er wieder. Hier, unser Mr. Pariro. Mr. Pariro. Tja, ich will da brauchen einen schicken Namen. Aber jetzt pariert er gerade nicht. Ja, Alex. Magischer Schaden. Achso, okay, das war Magischer Schaden. Ja, das macht durchaus Sinn. Ich brauch Ausdauer. Ausdauer. Ich wollt's grad sagen, ehrlich. Ich hab mich nur abgehalten. Jetzt aber hier mal hart zuhauen. Drecks Penne. Er seufzt uns gleich wieder. Ja, er guckt's hier an. Das guckt doch nicht zu, während er einer seufzt. Nee, deswegen, er wollt ja. Nee, aber danke, hast gut aufgepasst. Tja. Meine Seelen. Ich muss meine Waffen ja mal aufwerten und so weiter. Aber sollte ich eigentlich warten, bis ich bessere Waffen finde, bevor ich die aufwerte, oder kann ich bei so einem Langschwert das ruhig machen? Keine Ahnung, ich kenn mich da ja nicht so aus. Ja, klar. Er kommt auch nicht weiter. Jetzt kommt er mal her. Pass auf. Ja, ich brauch Ausdauer. Ach ja. Aha, die gute Wand. Das war's. Oh, mein einziges Mal getroffen zu werden. Du kannst kommen. Ich erinnere dich an den Pudi-Pudi-Hinweis. Ja, ja. Überhaupt keine Selbstwerbung. Wow. Ich wollte gerade sagen, du hast was vergessen. Ah, die brauchen auch nur zwei Schläge, sollte ich mir noch merken. Der eben halt eingebrochen. Da, da ist jemand wieder da. Aber kämpfe erstmal. Die machen Synchronsterben. Das sind ganz schön viele, Mann. Jeder braucht einen schicken Namen außer Alex. Der heißt Alex. So sieht's aus. Dankeschön, dass mein Name anscheinend nicht schick ist. Meine auch nicht. Alex. Ich dachte, sie sterben mit dem Schlag und können da nicht mehr zuhauen. Ah, genau. Ja, das war der Plan. Ehrlich, das war gerade eiskalt berechnet. Falsch. Falsch, aber es war eiskalt berechnet. Ja, berechnet. Mathematik ist Logik. Du bist auch so gemein, ne? Dann machst du die Trette mal an. Ich brauche sie. Dankeschön. Ich kriege mein Fenster zum Rauchen, ne? Nö, bleib schön hier. 20? Ja, 20. Yay! Ich muss echt mal so einen Deathcounter einführen. Einmal noch und du kannst im Ami-Land saufen gehen. Alex, Konzentration. Oh, hier bist du schon wie meine Freundin. Du bist das Schwert. Achso, das müssen wir jetzt hier bei Herr der Ringe, oder was? Ich denke schon. Bist du meine Axt? Camper King? Willst du meine Axt sein? Ja, du kennst die Szene wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Weil ihr fehlt noch so ein bisschen Herr der Ringe-Grundwissen und so. Gesehen hab ich's. So ist es nicht. In Aelrons Rat stehen die ja da. Und dann sagt Argon, du hast mein Schwert. Du hast meinen Bogen. Und dann kommt der kleine Gimli. Und meine Axt. Aha. Ja. Und das ist halt eine... Synchronsterm. Ja, natürlich. Sanne, der Kampfkisseneinsatz. Ich hab ja nur eine leere Flaschensammlung. Ey. Tong, tong, tong. Nee, er hat ja keine geeignete Kissen. So, Ausdauer. Jetzt kommt er wieder. El Pariero. Auch einen starken Angriff. Das ist also parieren. Alright. Weißt du Bescheid, ne? Du leuchtest. Wie ich fast komplett gestorben wär. Boah. Was ist das denn für ein Dreck? Alter. Weil der hat über mir ist, weißt du? Du. Hahaha. Der hat dich volle Möhre aufgespießt. Oh, ganz schön doll. Das ist ja ja doll. Wahnsinn. Voll. Schön. Geht so. Ist der Mager jetzt wieder da bestimmt? Nein, der ist nicht da. Ja, wenn die Würmer hervorhin geschafft haben, nicht abzubogen. Ach, bei denen reicht ein starker. Okay, dann mach ich lieber das. Und wir zwei auf einmal. Ja, wenn sie richtig stehen. Siehst du, wenn das Licht angeht? Alter, was war das denn für ein Berserker-Angriff? Ob ich richtig stehe? Siehst du, wenn das Licht angeht? Drei auf einmal. Das hast du gerade verpasst. Ach, verdammt. Synchron sterben war das gerade, aber richtig schick. Alex, du kannst auch parieren, nur ist das nicht ganz so leicht. Ja, hiermit, ne? Ja. Ich kann leider nicht die ganze Zeit so rumstehen wie er. Tja, Giga, anscheinend hat er den Angriff trotzdem abbekommen. Die Flasche tut es auch, aber nicht zu fest, sonst machst du ihn kaputt. Ja. Das ist eine Plastikflasche. Trotzdem, man weiß ja nicht. Hey! Und wir finden eine Seele. Ja. Ein paar Seelen. Ja, klar, man soll da. Die kann ich dann nutzen, um beim Schmied oder beim nächsten Leuchtfeuer mal meine Waffen aufzuwerten. Hat übrigens auch keiner geschrieben. Äh, Pudi, Pudi. Ähm, sollte ich erst warten, bis ich meine schicke Waffe finde? Irgendein schicke Schwert? Oder sollte ich ruhig die jetzt schon aufwerten? Das würde mich interessieren. Ah, ah. Jetzt macht er wieder Pariro. Dafür hau ich dich. Du hast keine Waffe. Ich weiß. Ich wollte ihn einfach nur verhöhnen. Siehst du? Das ist so ein Schmied. Noch einmal im Leben muss man den abbekommen. Er hat das wenigstens nicht direkt geduldet. Ja, so viel dazu. Wenigstens nicht direkt. Nee. Oh. 21? Ja, keine Ahnung. Oft. Wir bleiben bei oft. Wir bleiben bei oft. Ach, Mann. Tja. Das ist halt wirklich der absolute Wahnsinn hier. Es geht einfach nur ab. Ja, renne mal los. Wie kann man nur so oft sterben? Naja. Warte. Werte ruhig auf. Gibt aber ein paar Waffen. Die lohnen sich eher als andere. Okay. Gut. Dann sollte ich dieses... Dann werde ich dieses Langschwert aufwerten. Das gefällt mir nämlich. Du musst nachher weniger Materialien famen? Farmen. Das wird jetzt wieder farmen ausgesprochen. Das ist ja auch ein R. Das ist kein R. Das ist F-A-M-I-N. Dann hat er es falsch geschrieben. Doch, da ist ein R. Tatsache. Scheiße. Das Farmen... Ja. Du willst ja ein Farmen. Kannst du höchstens sagen. Aber ansonsten... So, Kinopause. Wie sind wir? Hey! Wir sind bei 21 hier. Leid, wäre Katie schon auf dem neuesten Stand. Kinopause und er guckt in den Stream. Geil. Nett, ne? Vielleicht guckt er auch nur in den Chat. Ja, weiß ich mir eigentlich, ne? Ja. Okay. Ist es nicht kalt im T-Shirt? Gar nicht. Gerade. Ehrlich gesagt. Dezent. Du musst dir ja nur beim Sterben zugucken. Der ist was. Der tat weh. Mein Spruch oder sein Schwelen? Beides. Es wird nicht besser. Ich will falsch schreien, bitte. Ich bin schließlich durch. Boah. Was ist er? Leid weg. LK, leicht zum Gucken. Alex! Sie merkt nicht mal, wie ich da verrecke. Ich hab mich da ja voll konzentrieren. Ja, wir hatten 40 beim letzten Mal. Vielleicht, weil ich zu spät angefangen hab. Vielleicht haben auch viele generell mal geguckt. Ey, der spielt Dark Souls. Wer ist denn der? Wie hauen wir denn? Ja. So. Learning by dying. Ja. Materialien für die ersten Upgrades findet man später reichlich. Was war schlimmer? Wie? Was war schlimmer? Okay. Weiß nicht. Ich weiß nicht, was und was schlimmer war. Also ich find dein Rumgesterbe schon ziemlich schlimm. Danke. Das ist genau die aufbohrenden Worte, die ich brauche. Ich bin guter, als das kannst du, ne? Ja, sie ist... Ja, ich weiß. Findet ihr nicht aus? Sie sollte eine professionelle Motivateurin werden. Ich bin total lieblich. Lieblich? Oh, Liebling. Von welcher? Ich hab jetzt Liebling, wenn du so lieblich bist. Eine Freundin hat sich hart eine weibliche Lesecke. Eine was? Eine weibliche Lesecke. Ja, die ist dezent hart manchmal. Aber sie kann auch ein ganz Liebel sein. Nee. Nee. Ich hätte das Team besser als... Als Ninja Turtles, Alex? Wieso Ninja Turtles? Guckst du Ninja Turtles? Ach, du guckst Ninja Turtles. Wie cool. Ist der Film so wie man erwartet? Entspruch und eventuell hätte ich mir. Ist der Film so Michael Bay-mäßig, wie man es erwartet, leider? Ich glaube, er töten. Ja. Du hast die Seelen noch nicht eingeschmissen. Ja, ja, ich will ihn erst mal töten. Ich weiß, das ist eine dumme Idee. So, ich hab deine Seelen wieder. Töten. Ja? Das Problem ist, wenn ich hier auf... Ich muss auf derselben Stufe stehen wie er, sonst kann ich ihn nicht angreifen. Komm her. Komm her. Der Film soll eigentlich gut sein. Was ist denn so schlecht daran? Ja, ich weiß nicht. Geschmackssache. Also, das wird wieder ein Michael Bay-Film sein. Ein Transformers-Film, ne? Action. Hörn aus. Wer kennt Drücke B schon letztes Mal gefragt? Niemand hat gar... Achso. Boah. Ich glaub, nur schlechtes Timing. Ne, 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 ne. Yay. Ja, im Kino, sagt doch Pause. Ja, Alex, leider der absolute Müll. Ach, schade. Tja. War... Leider nicht überraschend, ne? Wenn so einer konzentrierter ist als Alex, sollte vielleicht sie spielen. Ach ja, und die Menschlichkeit zum Futsch. Ja. Äh. Ja, mach. Willst du spielen? Ich bin vielleicht konzentrierter, ne? Aber ich kann halt nicht unbedingt besser. Nicht unbedingt. Klar. Also, sterben kann ich auch, sagen wir es mal so. Ja. Das wurde sie wahrscheinlich auch ausgezeichnet können. Mäuschen. Ja, ist doch was du sagst. Ist doch so. Ja. Sterben kann ja jeder in dem Spiel verdammt gut. Tja. Ist leider nur zwei auf einmal diesmal, schade. Na ja, greif an. Zack. Fällig. Du hast es geschafft. Ja, soweit waren wir aber schon. Danach kommt ja wieder so ein Böser. Ich mach aber erst ein bisschen Rollen. Sicher bin ich da, da bin ich da langgegangen. Hast du mit der solchen Cut-Dingen nach dem Zertrümmern eigentlich schon jemals was gefunden? Hab ich meine Seelen nicht wieder zurückgenommen? Ja, hast du. Warum hab ich denn so wenig? Ach, weil du so schlecht bist, ich weiß es nicht. Hat du das? Eventuell möchtest du das noch über die Wand... Speere und Degen kann man auch während des Blockens benutzen. Kostet mehr Ausdauer, aber man ist noch geschützt. Okay. Oh, schlechter als Transformers 4. Ich hab den vierten Teil nie gesehen. Aber muss man ja auch nicht. Den vierten hab ich auch nicht gesehen. Hier ist ne... Eine Leiter! Eine Leiter. Und wir müssen noch ganz hoch in diesen Turm, das weiß ich ja. Da wurden wir uns ja langgeschickt. Man macht aber auch weniger Schaden, Giga, ja. Es ist halt, ne, wie man halt spielen will. Das bei solchen Spielen ja immer so. Je nachdem, wie der eigene Spielstil ist, spielt man. Ich hab grad irgendwie in diesem Spiel mal echt mal Bock auf Einhand und Schild. Äh da. So. Na dann. Schnuppi. Ich nehm ihn erstmal in einen großen Raum mit. Jetzt kann er angreifen. Oh nein, du hast die Sachen mit deinem Schwert, Herr Tumor. Ey. Ich meine, er kann das, ne? Ja, er kann das. Er kann einfach... Sieht doch stylisch aus, wie er da steht. Jetzt mach ich mal die Waffe weg. Das Schild weg. Greif an. Ne. Er stellt sich einfach mit meinem Rücken. Hast du echt nur einmal meine Zigarette gezogen? Meldet ich grad, wenn er an sich sieht. Das ist echt lieb von dir. Geil. Gott sei Dank. Die nächste, ne? Zum Glück hab ich dich, ja. Dann kriegst du weiter ab. Herrlich. Ich meine, Degen und Speere machen weniger Schaden, wenn sie geblockt benutzt. Ja. Macht irgendwie Sinn. Hey, was liegt... Was ist das? Ein Ring. Hey. Wee. Ich kann leider nicht drüber rollen. Party. Party. Ja, Alex, spart dein Geld und schon deine Augen. Schaut euch den Film nur an, wenn ihr zu nem... Date nur Facepalms machen wollt. Facepalms? Ah. Ich fühl mich echt, als wenn ich in deinem Mond wohne. Alex, kennst du bei Anna durch die Galaxis und wenn ja, was hältst du davon? Geiler Film? Joa. Richtig gut. Das Buch will ich mal lesen. Alex, kennst du... Achso, wir haben... Wiedergelesen. Du? Schick. Warten, Tanga. Menschlichkeit. Witzigkeit kennt keine Grenzen. Kennst du den Film nicht? Das ist ein Filmzitat. Witzigkeit kennt kein... Pardon. Ja. Alex, versuch mal einen Witz zu machen. Nein, grad nicht. Diese Dinger sind gut für Wunder, die du aber nicht benutzt. Achso. Ne. Oh, da ist einer drin. Guten Tag. Still human, bist du? Degen sind echt geil, aber schwer zu handeln, wenn man nicht weiß, wie man damit kämpfen soll. Dann haben wir uns geändert. Könntest du mir helfen? Wie du siehst, bin ich gestern. Hab ich dich in Kerker-Schlüssel gefunden? Ja. Kerker-Schlüssel. Kerker-Schlüssel. Kackigal. Hi. Danke. Ja. Sincere. Ich bin Knight-Notregg von Karim. Ich freue mich wirklich, das. Und ich garantiere einen Reward. Nur später. Ja, sehr sorry. Dein Reward muss warten. Ich habe mich einfach frei. Geh mir ein bisschen Zeit. Ja, ja, das ist ja auch ein bisschen krass, ne? So, Typi, die Tür auf, hält der. Ja, sonst steche ich ihn ab. Der kann doch jetzt sonst wo hinrennen, ich kriege eine Belohnung. Kann doch einfach mal nett sein, die Tür aufmachen, ohne was zu kriegen. Nicht bei Dark Souls, das ist mir zu schwer, um hier irgendwie umsonst was zu machen. Und nein, kein Singstar. Um Gottes Willen. Oh doch. Oh nein. Ne, oh doch. Oh nein. Also, ich muss wieder ins Kino. Ja, viel Spaß beim Film, hoffentlich. Vielleicht mit dir noch besser. Danke. Ja, machst du bis später. Stechen ab. Viel Spaß beim Film. Hehehe. Was erwartet mich hier oben? Nee, geh mal nach links, da konnte ich nur lang gehen. Oh. Vielleicht sind da doch noch was. Oder vielleicht auch nicht. Nö, ist nichts mehr. Sorry. Vielleicht ist da eine scheinbare Wand. Oh. Nee. Ah. Hey, das haben wir vorhin gelesen. Mhm. Na nicht. Just Dance. Oh. Nein. Schön aus einer Tanzmatte. Kannst deine Keulen gerne alleine schwingen, ne? Also, ich mach das nicht. Schön aus einer Tanzmatte. Gegen was kämpfe ich jetzt? Sag nicht der Drache. Ja. Viel Erfolg. Fuck, ich kämpfe... Lass es. Lies schnell die anderen Nachrichten durch. Gib mir Tipps. Geschafft. Was hast du denn gerade geschafft? Nix mit geschafft. Noch nicht. Bestimmt kämpfe ich jetzt einfach völlig unvorbereitet. Einfach mal so... Gegen diese Dinge? Bestimmt. Oh fuck. Gargoyles. Und steinverwandelte Viecher, die... Die sind so eklig. Alex singt. Sane tanzt dazu. So sieht sie aus. Sane kann nicht tanzen. Sane kann tanzen, wenn sie was getrunken hat. Und jetzt saßt der immer nicht tanzen. Dann wollen wir hoffen, dass es nur eine ist, ne? Ich glaube, der reicht auch. Jo. Schmuck. Hi. So, jetzt brauche ich den Tipp. Alter, wie soll ich den dann angreifen? Eher der schwersten... Eher der schwersten... Ach, einer der schwersten Kämpfe. Oh, Scheiße. Jetzt ehrlich? Einer der schwersten Kämpfe? Ja, ja. Das ist ja beruhigend. Ha! Wie schnell wie möglich den ersten Down kriegen. Den ersten? Ja, das ist nicht nur einer. Sing's da. Unser. Ich liebe die sowas. Versuch den Schwanz mit dem ersten... Achso, den Schwanz vom ersten abtrennen. Wenn du es schaffst. Du stehst da. Zack, zack, zack. Scheiße. Schwanz. War kein Schwanz. Der hätte auch ganz was abbekommen. Dann kommen da mehrere, wenn wie unfair. Dezent, ne? Finde ich auch. Ja, so ein bisschen was. Wozu hat der denn so'n Mini-Schild? Ja. Wozu hat der überhaupt ungewacht? Nee, kriegt das auch ungewacht rum. Ey, das war zu schlecht sein. Das war da unten. Das war zu früh. Das Ding hat eine Reichweite, ja? Das wird okay jetzt noch, weil ich die Jumps immer verhau. Zack. Ich bin bei dem Boss, dem ich auch gestorben habe. Und habe danach viele Bosse im First-Try geliefert. Okay, gut. Schwanz abschneiden. Dann gibt es draußen. Was gibt es jetzt? Stange. Es gibt große Stange und kannst du wo zustechen. Hast du eine Hellebarde, wie ich vorhin hatte. Ja, dann musst du hinten. Ja, warte mal. Ich muss dann erstmal... Ich komme erstmal hinten an den Rand. Alex, anbruchst... Ja, ich weiß, aber trotzdem. Davon habe ich gerade keine Zeit. Fuck. Ja, Schwanz abtrennen. Ha! Wie denn? Stein. Oh. Egal, der Hellebarde ist bloß keine Waffe, die wirklich schlicht. Guck mal, wie geil ich ausfüge. Zweiter! Geil. Beim ersten Mal durchdrucken habe ich zwei Tage gebraucht, die zu töten. Du, für Zeit haben wir nicht. Nicht ganz. Nein. Hey! War das nicht Spaß? Und jetzt liegen meine Seelen da. Ha! Ne, die kannst du ja holen. Die brauchen wir ein bisschen wachbilden. Ja, trotzdem. Ich wollte eigentlich meine Waffe mal aufwerten. Vielleicht so. Just for fun. Scheiße. Ja, weil das nicht Spaß macht. Hm. Oh, naja. Learning by dying. Du wiederholst dich. Das bleibt aber wahr. Was ist denn hier unten los? Kann ich nirgends wo mehr hingehen, ohne dass ich was ärgert? Der war doch hier hin oder nicht? Ich war noch nicht hier unten. Der hat nur ein Bein. Hast du den Angriff gesehen? Wie viel der abgezogen hat? Oh. Ich bin praktisch tot mit einem Schlag. Okay. Alex, wunsch dich zu wissen, dass es in DS2 einen Kampf gegen fünf von diesen Viechen gibt. Nein. Das geht so. Was kommt klar? Ziemlich wenig. Der ist ein Stein. Och, der ist ja nur ein Stein. Los, über Onix. Mach Aquaknarre. Ja. Den hätte ich jetzt gerne. Das dauert ja ewig, bis ich den töte. Wenn ich den schaffe, glaube ich, bin ich ziemlich gut, oder? Daweil, da fehlen mir noch so ein bisschen die Werte. Ich glaube, das ist ein bisschen scheiße. Naja, das ist gleich tot. Niemals. Hallo, der moscht sich mit seinem Hintern ab. Ihr habt nur ein Bein. Er töte mich mit seinem Arsch und dabei hat er ein Gesicht aus Schriftzeichen. Was ist das für einer? Scheiße. Nichts so geil. Wie irgendeinem Boden schrubbt. Vergiss die Seelen, grinden damit du in den Waffen lösen kannst. Ja, ich glaube auch. Grinder heißt einfach nur, möglichst viele Feinde killen und suchen und killen, bis ich ein paar Seelen habe, um meine Waffen aufzuwerten. Ja, und guten Abend, True Barload. Willkommen. Regel Nummer 1, immer auf den Schwanz. Das gefällt dir wieder, ne? Wenn ich das gesagt hätte, wäre es wieder... Regel Nummer 1, immer auf den Schwanz. Wenn ich je Sexualkundeunterricht geben muss. Stimmt, das wäre gut. Sehr gut. So, dann wollen wir doch mal ein bisschen grinden, ne? Stark. Zum Glück bin ich in dem Moment immer unbesiegbar. Und die können mich hier nicht hauen währenddessen. Daxus geht. Hattest einen Schwanz, schlag ihn ab. Ja, das Ding ist, muss ich dazu diesen Backstep machen oder muss ich einfach den richtigen Winkel wirklich perfekt hinter ihm erwischen, um den Schwanz so von oben abzutrennen? Das weiß ich noch nicht bei dem Spiel. Das würde mich jetzt durchaus interessieren. Und so, jetzt gehen wir mal ein bisschen grinden. Ich weiß gar nicht, wie viele ich brauche, um die Waffe aufzuwerten, weil so ein paar Steinchen dafür habe ich ja. Aber nur bei Daxus 1, Lnds 2 lohnt es nicht. Ah ja. Oh Mann, ich dachte, ich kann mich anschleuchen. Hier wird nicht der Schlächen. Genau. Wie viele Gegner sind das nicht, ja. Zwei Schläge? Komm her. Komm her. Dann eben so. Er ist ja geil. Er hat echt Bock zu sterben. Natürlich denke ich auch an die Bonuswaffen. Was für Bonuswaffen? Naja, weil, da hier, woran Frauen gleich wieder denken, geht es um die Bonuswaffen. Natürlich denke ich ja nicht. Natürlich, denkt ihr denn? Er will auch unbedingt sterben. Einfach drauf an, der Schwanz fällt ihm schon ab. Ach so. Ohne den Boss anvisieren, dann geht es besser mit Schwanz abtrennen. Stimmt. Ich darf ihn nicht anvisieren, sondern muss... Das mit den Schwänzen macht mich irgendwie traurig. Soll ich weiter spielen? Wieso machen Schwänze dich traurig? Was ist los? Wegen des Abhackens. Oh. Ja, schon ein bisschen Aua, ne? So. Nicht. Ich mach gerade ein Problem. Ah ja, er hört mich bestimmt. Ja! Klappe, klappe. Wisst du, so muss das. So, und... Das ist wirklich nicht tot. Ich weiß, aber ich kann ihn erst hauen, wenn er wieder steht. Echt? Ja. Das ist wie bei einem Mann. Den kannst du auch erst wieder verletzen, wenn er steht. Bla, bla, genau. Ja, ja. Oh ja, und ich bin hier die Schlimme. Ja, genau. Jede Einspruch hätte ich mir nie erlaubt. Ja, ich werde heute Abend wahrscheinlich, äh, erdrosselt. Im Schlaf. Oder so. Das ist es mir nicht wert. Was ist es mir nicht wert? Was ist es mir erdrosselt? Warum? Wer fällt mich denn zum Bahnhof? Hört ihr das, Leute? Hört ihr das? Schuban, was los? Warum gehst du ziemlich scheiße? Na gut, hey. Das ist bestimmt schon geschrieben, wir sind noch nicht da. Beste, auch mal live. Nicht? Hey, was ist los bei euch allen? Wenn du dem, was auch immer. Wenn du dem Hellkite Rake, dem roten Drachen am Anfang, den Schwanz abtrennt, gibt es eine Waffe. Wenn du den Gagas, den Schwanz abtrennt, gibt es die Gagas helle Bade. Wenn du der Zahn-Vagina, den Schwanz abtrennt, gibt es eine Endgeile. Warum hat ne Vagina einen Schwanz? Und dann noch zwei bis drei mehr. Oh, das fängt jetzt auf. Geil. Die einzige ist, die Witze machen darf. Ja, ist so, ist so. Du darfst Witze machen, ich nicht. Hier im Chat will ich da jetzt wirklich nicht wirklich drüber reden. Schade. Ist in Ordnung. Jetzt ringt dich keiner. Aber jetzt erzähl mal. Ihr dürft auch ruhig Witze machen, so ist nicht. Je länger ich mir das Spiel so ansehe, desto mehr freue ich mich auf Lords of the Fall. Ich halte euch dann den Rücken frei. Im wahrsten Sinne, ne? Geil, wie sofort es auf einmal drei sind. Ja. Du wolltest gegner, ne? Du hast die Klappe vorhin groß aufgerissen. Alex, die wird der Schwanz abgeschnitten. Das sind ein paar viele. Die S&S gelernt hat. Das sind ein paar viele. Die trinken schon aus der Pulle, verdammt nochmal. Ne, ich bin grad ein bisschen... Und ich bin ein bisschen tot. Schon wieder. Es sind nur noch drei. Drei von denen? Ja. Ja. Komm, wie es weggehen. Oh, ist tot weg. Aber du musst ja oben noch diese beiden Fliegeviecher da abmoklen. Willst du das schaffen? Ich muss meine... Ich will ja erstmal ein bisschen sammeln. Wieder von vor. Ja, ich muss ein bisschen sammeln. Ich muss ein bisschen sannen. Und dann kann ich meine Waffen aufwerten. Er vergewaltigt meinen Spitznarren. Weil sobald ich dann Waffen aufwerten kann... Dann hat die Hosen im Haushalt an. Na, Quatsch. Na, als ob. Sogar in seiner Wohnung. Das Beginn von dem Fight hat mich sehr überrascht. Ja, mich auch. Na ja, Fotzenkind hört sich im Dialekt nicht an, Herr Sanne. Als im Hilfdeutsch. So sieht's aus. Sanne, sag mal Fotzenkind. So weit ist es schon. Ja. Das ist mal aus dieser Werte-Gesellschaft geworden. Das Beginn von dem Fight hat mich sehr überrascht. Ich möchte seine Reaktion sehen und hören. Wie? Nicht nur seinen Spitznamen. Oder meinen. Was für eine Reaktion. Nicht nur deinen Spitznamen. Hm? Wenn du sie ihn farmen willst, sollst du deinen Mut... Oh, weil du vorhin gesagt hast, jetzt hört ihr, wie er meinen Spitznamen vergewaltigt. Ach so. Ach, das gefällt dir, hä? Scheinbar. Hier tun sich Abgründer auf. Gegner, die sich vermehren, wenn man sie... Wenn man gegen sie verliert. Gute Idee. Ja, irgendwie war das gerade seltsam. Und im Verlieren bist du gut. Es werden immer mehr. Danke. Ich fühle mich gleich viel besser. Ich sag doch nicht gerne. Ja. Okay, so. Komm her, komm her, komm her, komm her. Bam. Eins, zwei, drei. Das hat er tatsächlich bam gesagt. Ja. Geht hier nicht um die... Gargut, Alter. Ich weiß nicht. Ja, es geht um die... Das schieße ich da unten, oder was? Dass er den Schwanz hatte. Diesen Steinschwanz. Ach, dieser Giganto. Lass ihn doch hochkommen. That's what she said. Oh, meine Güte. Ich rede von diesem blöden Spiel. Lass ihn erstmal hochkommen. Die näher vermehren sich nicht, wenn du sie... Es waren schon immer drei. Ach. Du warst gerade kippern. Einer habe ich doch abgesprochen. Obwohl der schon wieder aufgestanden stimmt. Geht doch. Erstmal eine Cola. Sehr schön. Äh, ich meine direkt zur Unterbrachung. Was ist denn das für eine Panne-Geste? Panne? Hä? Sanne, Sack, Panne. Achso, ja. Ich hab mal vorgeschlagen, Alex. Sollte ein Motivationstrainer werden. Sanne kann das besser, ja. Hier, ich räume erst noch ein bisschen auf. Während ihr euch unterhaltet über Motivation. Sanne ist eine Bereicherung für den Stream, ja. Das stimmt wohl. Da gebe ich euch vollkommen recht. Und ich mach gar nichts. Ob wir rauchen, trinken, also Multisaft und Wasser. Ja. Und ihn engeln. Ach, mein Knie tut schon, wenn ich sitze zu viel. Ich muss ihn mal ein bisschen hinstellen. Das glaubst du, wie das hier ist beim Streamen. Ja. Und ich kann mich bewegen. Bewegen. Ach ja. Ach ja. Aber es ist auch lustig. Also mach weiter, Sanne. Der wird nicht gemobbt. Nein, du hast überhaupt nicht gemobbt. Das klingt jetzt für die an. So, so. Ja. So, jetzt kommen die, jetzt kommen die, jetzt kommen die Views. Wieso denn, Panne, Sanne? Weil ich es gesagt habe. Vor allem. Äußertoll. Oh. Ja. Oh. Der ist halt irgendwie mit Keulen und Schwänzen. Warum kommt solche Diskussionen nicht in der EU zusammen? Ja, ist das so. Ich denke ich nie wirklich gut bin, aber auch bald in Behandlung aufgrund psychiatriere Probleme. Und, hello, Redsparktics Team. Ja, dann lenke dich mit dem Stream noch ein bisschen ab, wenn es dir allgemein nicht so gut geht. Genau. Er wird nicht gemobbt, er wird erzogen. Ja. Das, das ist, das gefällt dir, ne? Du musst Sanne nehmen. Ja, Zuckerbrot und Peitsche, ne? Super Sanne. Ja, ja. Ja, Super Sanne wird hier noch der eigentliche Star. Ja. Merkst du schon? Irgendwann nenne ich meinen Kanal auch um. In RednaxNLP einfach in Super Sanne. Dann macht sie Let's Plays. Ja. Und ich bin dann der, der im Chat hockt und... Ich mach mal einfach einen eigenen Kanal. Bestimmt. Betten du bist. Peitsch, genau. Du kriegst auf Anhieb mehr Views als ich. Nee. Wenn du die Kamera machst, ja. Ja. Weil ich labern kann. Ja, was aber. Na ja. Ich spiel dann Mainzweeper oder sowas. Mach das. Oder so einfache Spiele wie das Assassin's Creed 3. Das war ja wirklich simpel. Ja, Assassin's Creed 3 ist wirklich spielbar. Find ich auch. Du hast mich geschubst, ich töte dich. Jetzt kommen die Views. Mach dich auf 10.000 Views bereit aus. Ja, das stimmt. Weil du dich gerade ausgezogen hast. Ich hab doch noch was an, Leute. Das sind die mal was Hübsches. Guck mal, da. Da ist der schon... Ich war gerade abgelenkt, entschuldige. Dieses offensichtliche... Oh, meine Freundin zieht sich aus. Da bleib ich da schon tausend Mal... Nochmal. Sahnige Sanne-Let's Plays mit sonniger Sanne. Ja, ja. 10 von 10 mit Watch Sanne, siehste? Wer ist das denn? PewDiePie. Der zweite, der erste ging ja noch. Der zweite, der zweite, den nur gar nicht... Aber das mit der Kuh war lustig. Kuh, naja. Muuu. Muuu. Ah, muu, muu, muu. Muu, muu, muu ist besser. Was... Achso, ich kann mit diesen kleinen Scherben und nötigen Seelen... ...kann ich mein Langschwert... ...mein Langschwert aufwerten. Dann macht es... Ach, mehr? Das ist total simpel. Du rennst und er macht alles von allein. Er springt, erklärt er, dass sie alles cool aus und du drückst zwei Knöppe. Muuu. Ich war begeistert. Und schießen, du brauchst nicht mal zielen. Der, der weiß umrandet ist, der wird getroffen. Stimmt. Das war eigentlich total einfach. Ja, ja. Das ist super simpel. Das sag ich. Das sagt Sanne. Super Sanne. Well, I... Da, 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 da. Hi Alex, ich bin... Gamehunt1001fr. Yeah, moin. Weißt du, ob ihr euch noch kennt? Habt mir für dich einen Twitch-Account zugelegt. Juhu. Moin, Money of a Sandman. Yay. Geiler Name irgendwie. Sandman. Ausrüstung umwandeln. Für ein Spezial... Wird eine Spezialglut benötigt. Ist doch was ganz anderes. Die du noch nicht hast. Nein. Siehst du? Ich kann kleine Scherben bei dem kaufen. Mit dem kann ich mein Langschwert weiter aufrüsten. Du hast Gänsehaut, ne? Aber ordentlich, du. Gänseparker. Langschwert oder Kutschwert. Jetzt mach ich mein Langschwert noch weiter. Ich will sie da mit dem Stahn... Ein Stahnzoccher. Ein Zahnstopper. Ein Stahnzoccher. Was ist mit dem nur? Du kommst nicht weit mit so einem Stahnzoccher. Oh, Tabletten. Langschwert oder Kutschwert. Ja, wenn dann schon Langschwert bin ich auch erstmal für absolut. Das ist das Problem. Ich hab mir nie den getötet, den ich töten sollte. Der Leben beweist, dass Spiele zu einfach werden. Oh! Aber du hast recht. Ne, aber hab ich auch gesagt. Deswegen hab ich auch zu ihr gesagt, dass Dark Souls einfach so geil ist. Oh, ne. Ja, ich... Sehr schön mal. Rauch mal eine. Diesmal rauch... Kann ich erstmal meine Tablette nehmen? Ja. Mehr gehst du sonst immer, warum ich die vergesse. Du hast heute schon eine vergessen. Psst. Mir geht's aber noch gut. Ich lebe noch. Kann jemand für mich den Deathcounter übernehmen? Ich muss morgen wieder früh raus. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke, Lightback. Schönen Abend noch. Jo, schlafst du nun? Ach, stimmt. Ich hab gerade am Leuchtfeuer gerade... Wie viel war's denn? 21? Guck mal, ich hab Zettel und Stift hier. 24 ist im Montanenstand. Ja, du hast die ganzen anderen auch nur so halb mitbekommen irgendwie. Jo, ich mach weiter. Okay, da geht's, Dark Uno. Ja, gut doch nicht. Du kannst ja mitschreiben. Ach, ich in Kiel gehe aber dazu schulen. Kiel. Oh, noch einer aus dem Norden. Das ist gut. Das ist doch gut. Ja, gaut. Oh, jetzt freust du dich da. Tabletten mit O-Saft. Läuft. Natürlich. Ich hab die letzten Tabletten immer mit Bier genommen. Das war eigentlich nicht so gut. Deswegen muss es mal O-Saft sein. So sieht's aus. Ach, der Multisaft, ne? Mhm. Tschüssi. Jetzt macht er wieder seinen Pariero. Das wäre nicht mal inhaliert, ey. Boah, die hat gezogen, du. Boah. Bisschen würzig, du. Boah, wenn der immer so Meereschläge macht, dann ist der immer so ein... So ein richtiger Mee. Ja, du schaffst das schon. Mee. Ich muss erst mal ein paar Seelen farmen. Super, Sahne. Super, Alkoholgrin. Na, mit sowas muss man keine Witze. Ne, absolut nicht. Keine Witze. Wenn ich mal gemütlich ein Bier trink, so Tabletten nehmen Zeit, dann ist er so. Jetzt mach ich deutlich mehr Schaden. Tabletten mit Energydrinks. Ja, aber mit Alkohol ist schlimmer als Energydrinks. Oh ja, jetzt ist der Schaden deutlich besser. Ja. Mhm. Hab das Ding jetzt zweimal aufgewertet. Jetzt hat er irgendwie 16 mehr Grundschaden, Anna. Meine Rüstung kann ich auch aufwerten, mein Schild kann ich auch aufwerten und so. Bietet sich auch alles an, glaub ich. Ey. Kannst du mal aufhören? Hässlicher. Mein Schild kann ich auch aufwerten, wenn man es ja nutzt, bringt es auch was. Ja. Waden-Württemberg. Oh. Die uns schauen voll. Haha, die dich angucken. Ah ja. Ich hab vorhin schon gesagt, ich bin die nutzlose Deko im Stream. Ratet doch mal, woher die Leute kommen. Ach, die Leute kommen? Ja, ich gehe auch mal. Ich würde sagen, EU. Also ich würde sagen, die meisten kommen aus Deutschland. Italien haben wir. Österreich, Schweiz. Ja. Oh, aber von hinten erst mal durchbohrt ein bisschen. Reicht das bei ihm? Natürlich nicht. Und ich muss doch nicht warten, bis er ganz steht. Das ist bei vielen Spielen eigentlich so. Und vielleicht hast du gerade bemerkt, dein Counter links oben ist um eins nach oben gegangen. Dahinter steckt eine Mechanik von menschlichen Gegnern. Ah, okay. Mensch, Mensch. Gut zu wissen. Man nennt nie aus, ne? Man nennt nie aus. Ich mach hier erstmal ein bisschen Putte. Ach nee, da geht's wieder... Ja. Dahin, wo ich nicht hin will. Aber hin muss. So, der hier ist schon rausgefallen. Ne, das Spiel ist echt geil. Und gerade weil man keine Karte hat, ist das halt so Erkundungsstyle. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Lösungsbuch für das Spiel sich gut verkauft hat. Ja, bei Cola, also ich mein, viele Tabletten haben ja Wechselwirkungen mit Alkohol und das ist das Problem, ne? Chubalo, bist du aus Norwegen? Das wär ja geil. Norwegen. Cool. Warum nicht? Ja, klar. Ich hatte auch mal eine PN von einem aus Luxemburg. Das hat mich damals echt gefreut. Das war mal abgefahren. Meine Eltern waren letztens erst in Norwegen, dass meine Oma mit 72 noch auf diesen Dingsterbumster-Stollen raufgeklettert. Ach ja, diesen Berg. Du willst Schild nicht aufwerten, da du nur ein Schild mit 100% Blockade brauchst. Also nicht auf... Ah, das stimmt. Okay. Hat er das denn? Bestimmt noch nicht. Huh? Schauen wir noch mal. Äh, nein, nicht Dreieckschild. Physisch 100%. Ich nicht, aber meine Freundin. Okay. Achso, ah, okay. Deine Freundin guckt mir zu? Cool. Grüßt euch doch erstmal. Guten Tag. Grüßt euch doch erstmal. Grüßt uns erstmal. Hallo, Alex. Hi. Hi. Guck mal, er heißt nämlich auch so. Einfach keine Tabletten und wenn doch, dann zerkloppt dich. Da kann jemand keine Tabletten nehmen. Gute alte Ausrede, ne? Wenn, dann zerklopft dich. Das ist auch geil. Tak, 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 tak. Dazu ein schönes Glas Whisky einfach so. Bam, bam, bam. Direkt mit dem Whisky runterschlucken. Das ist ja falsch. Das haben wir gerade besprochen. Hallo, du bist kein Wiesel. Mensch. Ernsthaft? Ja. Boah. Das reicht mittlerweile schon für so einen. Du Tier. Du Tier. Dann denke ich immer an so einen Film. Hey, erst ein bisschen. Ich rauche übrigens eine Zigarette. Mal wieder. Ich nehme jetzt das Schild runter. Oh Mann, jetzt greif mich doch mal an. Oder... Dann halt von hinten. Dann halt von hinten. Verdammt scheiße. Mein Gott. Wenn der es so will, dann halt von hinten. Ich habe ihm ja die Wahl gelassen. Mein Gott. Er kann nichts so tun, als ob er es nicht gewusst hätte, was auf ihn zukommt. Von hinten, Alex. Ey. Das ist super gelehnt. Aber ich kann ihn gerade nicht von hinten, wenn er sich so rum... Sanna, hast du schon gesagt, wo du herkommst? Ich bin noch nicht da... Äh, Rostock. Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Direkt von der Küste. Da, wo es mich auch bald hinzieht. Wie lange hat er eigentlich... ...ein Wettkilling gebraucht? Keine Ahnung. Wie lange hat er eigentlich... Ach so. Ach so, das war doch der... Welcher war das? Der erste? War das der allererste? Der ging noch... ...erst ein Mal. Der allerallererste ging beim ersten Mal. Der andere, der auf dieser Brücke... ...da habe ich... ...vier, fünf Anwärter gebraucht oder so. H-R-O. Fischkopf. Fischkopf und Feind. R-O. R-O. Ich kann natürlich jetzt meine Waffen einfach aufwerten. Ich kann auch erstmal hier draufhauen. Äh, die kommen hoch! Ja, sie lernen irgendwie dazu, ne? Alex, gehst du als nächstes zu den Gargülen oder zum anderen Steininger? Äh, er geht wohl eher aufs Dach. Ich glaube, dass mit dem Gargüle ist erstmal eher eine Sache, die für mich in Frage kommt. Ja, die der... Der andere war ein bisschen hart, ne? Wo er nur ein Bein hat und auf der Erde rumrutscht. Der Typ hatte nur Symbole im Gesicht. Der von dem Skateboard, um sich vorwärtszuziehen. Ja, das wär geil. Warte mal, ich... Oh, hier oben! Ist sogar was! Ups! Eine Seele! Ein paar Seelen! Also, ich bin nicht viel Kilometer von der deutsch-jährlichen Grenze entfernt. Die gibt's ne Menge Lustig machen. Nein! Nein! Ja, da kann ich nicht viel mitschauen. Ich muss mich gleich wieder in die Bücher reinhauen. Ah! Schade! Danke, Spaß! Ja, sehr viel Spaß mit den Büchern. Na klar, bleib ich weiter so aktiv. Keine Angst. Ich bin am Start. Ich würde ihm die Gargüsten empfehlen, die sind nämlich für den Fortschritt bedingt. Ja. Und die wirken auch ein bisschen dezent leichter, so auf den ersten Blick. Ja, Aquaknarre, wie bei Onyx. Steinvieh hier können kein Wasser. Mit Sicherheit. Ja, ich glaube, das Wasser im Element gibt's auch. Ich bin aber nicht sicher. Hol die Schillie. Komm, ich grad zehn Aufgeber. Das wär gut. So. Ah, da hat uns auch noch einer. Hey, Buddy! Ach nee, der andere ist schon tot. Stimmt. Ja, der da hinten, der... Und der Herr sprach und sagte, zuerst zieh die heilige... Zündnadel aus dem Geholt. Das ist ne Anspielung auf Monty Python. Ja. Mal gesehen? Ein paar Filme? Das rief zugute. Oder doch. Ach, ich hab doch keinen Plan. Ich merke mir doch Filmnamen und Schauspiele nicht. Natürlich hat er eine Pokémon gespielt. Sanne war mal ein riesiger Pokémon-Fan. Hm. Ich hab auch Dragon Ball Z gesuchtet und Dragon Ball. Da. FF7. Mal gesehen, FF7 weiter. Ich freue mich schon auf Teil 8. Ja, es geht. Ja, ich wette die Nötigen dafür bei dir gehen. Das wird weitergehen. Keine Angst. Ja. Würdest du lieber gegen eine Ente in der Größe eines Pferdes oder gegen 50 Pferde in der Größe von Enten kämpfen? Keine Frage. Das ist die Frage. Da ich die Enten lustiger finde und umso größer, umso besser, würde ich die Enten nehmen. Ja, eine Ente in der Größe. Eine große Ente? Eine große Ente? Eine kleine Pferde sind immer noch schnell. Nack, nack. Ente, Ente. Ente gut, alles gut. Ente, 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 Ente. Wer hat jetzt dein Ente jetzt auch gesehen? Ja, du Ente, Sie. Wer hat dein Ente gesehen? Dragon Ball Z! Gib mir die 50 Pferde. Ne, also ich hätte lieber eine große Ente. Es geht ja um, äh, jedoch. Eine Ente in der... Oh, eine Ente in der Mee. Ja. Lecker Abendbrot, wenn du fertig bist. Lecker Abendbrot. Das ist der erste Gedanke. Auch nicht schlecht. Ich hab auch gesagt, als ich hergefahren bin mit dem Tübi, wenn du auf dem Pferde lass ich's, ah, unser Abendbrot. Vielleicht bei dir das Studium. Das geht nächste Woche los. Wieder. Dann habe ich Erstsemesterferien vorbei. Von daher... Ja, ich weiß, lang genug, lang genug. Lang genug nichts getan. Und ich arbeite wie so ein Tier. Ja, was soll ich machen? Ich bin ja ein Student. Genau. Aber bald. Läuft ja besser. Ich hab' mir auf Pläne. Mach das. Ich geh' mal für kleine Mädchen. So, Leute. Dann haben wir mal ein Momentchen für uns. Mama, die erste Tür hoch. Ah! B! B! Ja, ich glaub' auch. Ein großer Entenbraten oder viele Sauerbraten. Sehr schwierige Frage. Das ist eigentlich sogar ziemlich recht. So, Waffe verstärken. Ah, jetzt brauch' ich schon zwei kleine Scherben. Jetzt wird's aber teuer. Nym, nym, nym. Hm, dann wär' ich doch erstmal... Endlich ist die weg. Hey, true. Das geht gar nicht. Hey. Du musst ja gegen die Ente kämpfen. Ich zerstamfe die kleineren Teile wieder willig, aber ich werde das tun. Okay. So, dann kauf' ich mir doch erstmal so Scherbchen. Scherb-Männer-Time. Ja, ich kauf' mal zwei. Ich hab' mir noch diese... Ich kann's vergessen. Ich hab' mir diese Gegenstände, die ich nutzen kann, um Seelen zu bekommen. Die sollte ich erstmal, glaub' ich, alle... ...auf... ...äh, benutzen, meine ich. Hm. Erhalte Seelen. Genau, davon hab' ich so viele. Moment mal. Kann ich besser anlegen, glaub' ich. Statt der Brandbombe und dem Köderschädel nehm' ich mir die ganzen Seelen. Ist es denn klug, dass ich die jetzt wirklich alle, die ganzen Seelen, aufbrauche, äh, um mir jetzt ganz doll meine Waffen zu verstärken oder so? Oder ist das eine doofe Idee und sollte ich diese Seelen lieber später... Kauf' dir doch lieber eine von Grund auf bessere Waffe und werte die auf. Well, du brauchst... Okay, dann kann ich ja mal gucken, was hat er denn... ...was gibt's denn da für bessere Waffen. Es gibt hier ein Bastardschwert. Das dürfte aber trotzdem so einhändig mäßig sein. Wiegt halt ordentlich mehr, ne? Ist ein Großschwert, statt ein Geradenschwert. Hm. Das ist in Ordnung. Ja, das ist klug, sagt er. Okay. Hm. So, ich muss weg. Viel Spaß beim Sterben. Danke, Pancho1185. Vielleicht gibt's hier eine bessere Waffe, Just Sane. Ja, ich hab' hier so'n Breitsch... Oh, bist du kalt. Ich hab' hier ein Bastardschwert, aber das ist halt so ein... Oh Gott, ein Kopf an meinen Lieben. Denk nicht dran. Das ist ein... Ja, das ist ein Großschwert. Hm. Ja. Warte, was... Ein Kumpf nach engsten Raum ist das hinweg alles andere als optimal. Okay. Hm. Bastardschwert... Bastardschwert klingt doch ziemlich geil. Ja, aber es ist halt ein Zweischwert. Zweihänder, also mäßig. Ja. Weil einer hat auch gerade gesagt, ich kaufe dir aufgrund auch bessere Schwerte. Ja, das ist irgendwie auch ganz logisch. Breitschwert würde ich auch sagen, ja. Es war erstmal schwächer, aber okay, dann werde ich jetzt erstmal... Kommt drauf an, es ist klug, nie Munition zu verschießen und somit immer welche zu haben. Achso, ja, ja. Versteh' ich schon. Okay, äh, wie war's nochmal so? Ich hol mir jetzt ganz viele Seelen, weil ich hab' da ja... Oh, 1000 direkt. Wie viel bringen die? Auch 1000, wow. Da hol' ich mir... Nee, nee, nicht so viel. 200, okay. Sie ist kalt, Leute. Sie ist sehr kalt. Ich bin so kalt. Und sie greift mich an den Rücken, bevor irgendwer fragt. Ja. Sogar es nebenbei. Spielst du doch manchmal Skyrim mit Mods oder so? Nö. Nö. Derzeit spiele ich eigentlich privat nur das, was ihr auf dem Kanal seht. Was machst du da eigentlich? Ich hab' diese Seelen immer gefunden und gelootet. Äh, so, aufgehoben. Und, äh, die kann ich jetzt alle benutzen und dadurch krieg' ganz viele Seelen. Und die investier' ich jetzt. Ich bin so, dass du mit deiner Mutter streamst, ist klar. Dass du mit deiner Mutter streamst? Mhm. Das ist nicht meine Mutter. Ja, Kind, räum' auf. Das ist meine Freundin, verdammt nochmal. Bist du alt aus? Tja, darüber denkt man nach. Ja, und wie man sieht, ich bin nicht 60. Ja. WTF? Es ist eine der besten Stärke-Waffen, die es gibt, weil es so gut in Stärke skaliert. Das ist ein typisches Final-Fantasy-Problem, ja. Also soll ich jetzt lieber das Bastardschwert oder das Breitschwert nehmen? Da warte ich jetzt mal eben drauf, auf die Merkel, äh, auf die Ansagen. Also ich würde das Bastardschwert nehmen. Jetzt will ich selber meine rauchen, währenddessen. Das ist mir eh mal. Ja, drei Züge hast du ja, ne? Ja. Hier ist es, ich schwör mal alles bis zum Ende. Ist ein typisches Final-Fantasy-Problem, ohne Scheiß. Ähm, ich hab Elixiere, äh, boah, das kann ich auch in diesem Kampf nicht benutzen. Und dann bist du am Ende beim letzten Bosskampf und hast irgendwie 20 von den Dingern, so. Und wirst du gar nicht mehr los. Ich geh mal wieder lernen. Mach's gut, Manuel. Juhu. Bastard. Und der andere sagt Breitschwert. Hm. Cookies? Warum? Stellt Cookies in den Chat. Breitschwert. Bisher wird für Breitschwert gestimmt. Nur einer sagt Bastard. Also ich bin für den Bastard. Allein schon, weil der Name so schön ist. Du drängelst mich voll weg. Ich bin hier am zocken. Ich will es bequem haben. NRW hat Ferien. Yes. Ich hab immer noch Ferien. Immer noch. Seit über zwei Monaten. Also MacPom nicht. Und einer sagt auch die Keule beim Undead Merchant vor dem Taurus-Dämon. Das ist ganz schön weit weg. NRW hat Ferien? Bastard ist Zweihand und du bist noch nicht so gut, ohne Schild zu kämpfen. Ja. Dann, ähm... Oder breit sein. Auch nicht schlecht. Ey, wird breit. Ja? Nehme ich breit? Naja, mit Zweihand bist du noch nicht so gut, ne? Stimmt wohl. Man kann jede Waffe ein oder zwei Hand führen. Dann bin ich aber... Das ist nicht der Punkt. Aber das ist dann halt so schwer. Das ist dann halt so... Dann bin ich schlecht im Rollen. Ja. Dann rolle ich noch langsamer. Wollen zu sie gehen? Ja, das ist halt wichtig zum Ausweichen, ne? Ich hab erst in zwei Wochen Ferien. Ich hab keinen Plan, wann MacPom-Ferien sind, seitdem ich nicht mehr in der Schule war. Das ist schon ein Weilchen her. Gut, ich nehme jetzt das Breitschwert. So. Dann habe ich auch noch eine Menge Seelen, um das aufzuwerten. Gegenstand verkaufen kann ich bei denen sowieso nicht, ne? Voll schade. Ja, vielleicht die anderen Waffen, die du eh nicht nützt. So. Wirst du The Judge gucken? The Judge! Ah, das ist ein Film neuer mit Robert Downey Jr. In der Hauptrolle. Allein schon deswegen bin ich interessiert. Da ist sein Vater irgendwie Richter. Ja, der auf Game of Thrones hat auch ein Bastardschwert. Ja, der hat auch ein Bastardschwert, das stimmt. Okay, äh, jetzt mal hier Waffe verstärken. Geh ich mal auf mein Breitschwert. Ja. Und jetzt ist es ein Breitschwert plus drei. Yay! Hm? Das ist schon mal nicht schlecht. Geh, geh dich selbst. Du sehr frenetische Jubel. Ich weiß, dass ich dich nicht mehr sehen kann. Aber er hat nicht die Stärke, um das Einhand zu tragen. Ah, siehste? Auch wieder ein Punkt. Ja, alles klar. So, jetzt hab ich also endlich mal... Ne, noch. Muss ich... Vielleicht soll ich's erstmal anwählen, so. Wär keine schlechte Idee. Und wie sieht's aus? Spitz. Spitz. Sehr spitz. Okay, weiß ich Bescheid. Und... Die Angriffe sind dieselben. Ich hab ihn grad fast gehauen, ne? Das wär geil, Kopf ab. Oh! Das kommt, dass wir schon fertig sind. Ja. Ähm, warte mal. Wie kann ich denn so einen Schlag nach vorne machen, dass ich den Schwanz abtrennen kann? So auch. Okay. Mach mal. Also nicht normal, wie bei dem Vieh. Die Treppe. Okay, jetzt sind die Gegner auch wieder da, glaub ich. Gleich erstmal... Oh, ich bringe wieder in die feldliche Richtung. Zu dem armen, dicken Kerl dahinten. Du musst spielen. Okay. Natürlich, kriegst du auch immer. Danke. You know nothing, Jon Snow. Ja, Game of Thrones. Ich muss die letzte Staffel immer noch zu Ende gucken. Und warte dann auch auf die nächste, natürlich. Musst du auch noch gucken, die Serie. Die ist richtig gut. Ja, wollte ich ja schon ewig mal, aber ich arbeite zu viel. Die erste Staffel hier. DVD. Kann man... ... noch reingucken. Yay. Bure Begeisterung. Echt, die macht wirklich süchtig. Die ist richtig gut. Mein Bruder kann eigentlich nichts mit diesem Genre anfangen, ne? Immer mit zwei Händen rum und Dark Souls ohne Waffen, weil mir das Game zu machen soll. Okay. Ja, wenn man halt schon die ganzen Bosse kennt, natürlich. Der Eunuchmacher. Die sterben so schön. Zehn Essos-Flockons übrigens. Ja, das liegt daran, weil ich halt das entfacht habe, das Feuer. Ich lerne ja dazu, ne? Alex ist wohl die Wiepe. Ist wohl die Wiepe. Mäni jete. Der Eunuchmacher. Ja, natürlich. Ich muss auch lernen. Noch einmal duschen, dann ist Weihnachten. Sehr schön. Das ist die Aussage eines wahren Zockers. Auf jeden. Ist so. Ja. Ja. Jetzt macht er wieder hier Parriero. Oh, da fängt, du musst ja wieder anfangen, ne? Jetzt holt er sich wieder. Stimmt, ich kann ihn dabei auch treten bestimmt, wenn er pariert, aber guck. Ich habe jetzt auch eine stärkere Waffe, von naja. Ocarina? Ich spiele Ocarina, das Instrument. Ja, ja, ich weiß. Geil. Das finde ich cool. Das will ich sehen und hören, das ist bestimmt lustig. Was für einen Angriff macht er jetzt? Ah, jetzt macht er echt nur so einen, okay. Aber das ist gegen mehrere Gegner, saugeil. Ja. Da hat er erstmal einen nach dem anderen. Der Kringel würde mich trotzdem interessieren. Wie lange du siehst du? Gute Frage. Und wie oft duscht du dich, ist eher die Frage, wenn er sagt, nur einmal bis Weihnachten. Nächste Info, Alex. Wenn du später einen gewissen Boss besiegt hast, kannst du bis zu 20 Estos... Oh, das klingt gut. Das klingt sehr gut. Das klingt wie Polen, oder was? Ja, genau. Dann habe ich davon bis zu 20. Ich habe keine Tode übrigens seit längerem. Immer noch 24. Ja, das stimmt. Wow. Ich habe echt mal mich dran gehalten hier. Ja. Du warst ja auch super lange beim Schmied, ne? Also, ich soll mir da auch sterben. So, erstmal getreten und jetzt gibt es... Naja. Ich sollte öfter mal an dieses Treten denken, ja. Ja, das ist doch besser, wenn man Instrument lebt und keiner da ist, ne? Darf ich in deinem Zimmer ein Posaunespiel? Ja, genau. Klar, ich kann es aber noch nicht gut. Jetzt macht er wieder hier seine Getränkephase. Nix da. Deinen Cool-Aid kannst du schöner liegen lassen. Duschmarathon bis November. Bei dir ist November, also Weihnachten, also November, ja? Ja, dann. Wie lange geht es noch? Keine Ahnung, wie spät haben wir es überhaupt? 20, 20 schon, wow. Mensch. Richtig lange. Ein bisschen können wir noch. Ja, ja. Ja, ne? Mhm. Du musst du sagen, wenn du sagst, du bist so nervig, so langweilig. Ja, pff, pff, pff. Guck dir beim Sterben zu, ich habe immer kein Problem. Ist dich nicht liebenswürdig, immer noch. Ja. Ich bin so rammontisch. Rammontisch. So, ne, hier... Die was zur Rechnung will ich auch nicht sehen. Nee, nee. Ja, Cool-Aid würdest du es einfach mal so nennen. Kochen brauche ich nicht mehr, ne? Muss nicht. Wir haben Chips. Wenn wir nur noch einen Film gucken wollen, oder so. Hier, diesen Idiocracy. Der will ich von meinem Bruder ausgehen haben. Der im Auto lag. Vorsicht, Mädel, Vorsicht. Ich habe doch recht, der lag im Auto. Der lag im Auto, vollkommen richtig. Was hast du denn für so? Wie du hier tust, ne? Männer sind so empfindlich. Stimmt ja gar nicht. Männer sind überhaupt nicht empfindlich. Maulwurfen? Das ist ein schönes Wort. Das gefällt mir. The Barbe. Auf Rügen gibt es übrigens ein Örtchen, das Barbe heißt. Und ich habe mich schön beäumelt. Ich bin mit dem Motorrad durchgefahren und dann stand da. Willkommen in Barbe. Time to dance like a Kölbe. Ich feiere seine Total, siehst du? Du wirst gefeiert. Warum? Wieso? Da ist der Glockengargaule. So. Hauptsache, man muss ein Bein, das ist so. Oh Gott. Der hat dich umgeschwätzelt. Ja. Der Schlawine. Der Schlawine. Wo? Da, doch Männer sind empfindlich. Männer sind manchmal ganz schön mit Pusis. Oh ne. The Barbe. Ja, the Maulwurfen, the Froschen. The Mude. Alex brummt vor sich hin. Oh Mann. Atomroffel, ja. Siehst du? Oh Mann, ey. Jetzt stürzt sich schon ab. Wie stirbt man denn, Roffel? Ja, wie stirbt man denn, Roffel? War geil. Ich saß da echt. Sie müssen sich alle freuen, weißt du. Ich saß da echt mit so einem riesen Fragezeichen einfach nur im Gesicht rum. Und dachte nur so, hä, wie stirbt man denn, Roffel? Sag mal schnell, wenn du einen Tipp für den Boss willst. Ja, ich habe gehört. Bescheid. Habe ich gehört. Das soll helfen. Das ist jetzt. Wackel da oben, ey. Oh, was zu looten. Ich habe jetzt wirklich ganz schön rum. Wackel, dackel, ja. Immer wenn ich mein Bein... Du hast ja was hängen lassen. Ne, gut, dann mach raus. Ich habe das fast schon gelootet. Oh, alles klar. Sorry. Alles gut. Such Skill. So, wow. Such Skill. So, wow. Achso, ja, dieses Dojo-Meme. Dieser Skill. Ey. Böser Gegner. Weil der schlägt immer so oft zu. So oft kann ich gar nicht zuschlagen, wie der. Alex. Achtung, Klippel. Yay. So kriegt man nur die Waffe. Das hilft dir beim Boss nicht und macht das eigentlich nur schwerer. Alex. Ja. Mein Freund. Ja. Ich glaube, du musst dich immer ein bisschen besser konzentrieren. Ja, das stimmt wohl. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ein Müh. Ein Müh. Nein. Ein Müh. Müh. Okay. Na, was denn? Du bist, äh, du lässt den Kopf hängen. Wir müssen dir dabei zugucken. Das ist viel schlimmer. Ist das so furchtbar, wie man sperrennt sich zu gucken? Nein, das gehört zum Spiel dazu. Red nicht so ein Unsehen. Ja, das stimmt ja. Das hat sich auch so ausgeschlagen. Der Blick, nachdem du hast da was häkeln lassen. Ja, ich dachte, was warte denn? Was meint du sie denn, bitte? Sieht hart aus, beides geht zwei. Wie lange wollen die hier noch herumstehen? Das ist nichts mit... Ruhmreich ist dabei, dem Gras beim Wachsen zuzusehen. Ähm... Wir hatten das gesagt, ein Balles geht. Hm... 2. Buh hat das bestimmt nicht gesagt. Äh, Minsk meine ich. Das war dann... Buh. Oh, du hast du Glück gehabt. Ey. Ja, immer mit dieser Scheiß, weißt du, mit der Treppe. Dann rennt noch erstmal nach unten. Ja, ich rennt erst noch nach unten. Das nervt mich echt mit dem. Nein, sieht die nicht mehr. Ja, weil ich meine... Guck mal, wie gechillt der hier lang läuft. Ja, wie gechillt der hier gegen den Pfosten läuft. Ja. Okay. Jetzt haben wir keiner rennen. Mit der Schutz gehört das Sterben dazu. Ich meine, das Spiel... Das war's. Ja, das absolut. Das Spiel ist hart. Dann gib ihm mal eine Motivationsschule. Und die kann man echt gut looten. Die bieten... Die lassen immer kleine Scherben. Was, 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 was ist jetzt schon wieder? Da. Der hat ja nicht nur einen Schwanz auf Bosnien. Nee, nee, der da drunter. Sondern gib ihm mal einen Motivationsschule. Alex, wie du im Moment vom Dach gesprungen hast hier. Geil. Wuh! Wuh! Nein! Ich vergesse auch alles. Du hast mich abgelenkt. Da war sowas von. Jetzt ist sie immer schuld. Guck mal, die hacken immer noch auf mir ein. So geil sind sie da drauf. So, bis er bei den Trottels da auf dem Dach ist, sank ich jetzt ein bisschen gar nix mehr. Ah! Du, jetzt raschst du da bitte durch. Dann wirst du nicht mehr so lange dabei. Oh, stimmt. Ich hab vergessen, mein Schild mal wieder in die Hand zu nehmen. Dafür mein pickiges Schwert hatte ich dafür die ganze Zeit in der Hand. Kennst, magst du Rotbier? Rotbier. Sehr gut. Geil. Oh mein Gott, da sind welche. Zack, du. Ja, das war nicht so geil. Nee. Konzentriere dich. Konzentration. Konzentration, Konzentration. Zack. So, Nummer uno von hinten. Das kennen wir schon. Das kennst du ja inzwischen. Wir sind ja schon, ne? Den zweiten auch von hinten. Anonym, Darian hat gesagt, aufpassen zu der heutigen Lage. Geistig inaktiv, körperlich inaktiv. Warum gebe ich mich nur mit diesen Idioten ab? Jetzt sag mal nichts Falsches. Jetzt solltest du ganz genau nachdenken, was als nächstes kommt. Ich trink mein Schlo. Guck hin! Jetzt schlachten sich die kleinen Viecher wieder ab. Ja, rennen die auch. 26, Synchrontöter haben gute Arbeit. What the fuck? Was war das denn? Die kam doch schon angesprungen. Ich wollte dir mit deinem gepanzerten Arsch direkt ins Gesicht springen. Auf jeden. Ich verschluck mich gleich. Redet man nicht so ein dumm Tüch? So, siehst du? Dumm Tüch, schnacken. Guck mal da hinten sind die anderen drei. Ich würde erst die hochgelaufen. Zack. So. Hi, wie lange spielst du noch? Hi, Panda Boy. Keine Ahnung. Noch ein Weichen. Bis echt. Das dauert ja nicht mehr so lange. Bis er stirbt. Ja, ein bisschen länger schon noch. So, und diesmal habe ich mein Schild in der Hand. Weiß wir was. Erinnere mich auch wieder, was kommt. Da kommen jetzt viele. Sag nicht sowas. Weißt du, wie viele dir hier zuschlagen, was hier los ist? Der hätte Mario-Style probiert, ja. Und zack. Jetzt rennen die ganze Zeit schon gegen Leichen. In meinem Keller liegt eine Leiche. Das ist ein Lied. Wuh, 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 wuh. Ich mag Äpfel mehr als du. Ich mag Äpfel mehr als du. Der Baldar-Ritter hat Super Mario-Style. Ach, sind das Baldar-Ritter? Sind das? Ah. Baldar. Wie kommt man denn auf Äpfel? Ich weiß nicht, wie man auf Äpfel kommt. Keine Ahnung. Ich bin spät dran. Auf jeden. Pfirsiche sind auch ganz gut. Dezent. Gar kein Ding. Ja, Pfirsiche sind auch ganz gut. Wenn man sich schneiden kann. Ja, du bist super gut in dem Spiel. Oh, ich dachte, er ist tot. Nein. Warte mal, kann ich ihn treten? Jetzt mach ich den Spungangriff. Ich hab eine Idee zum Reichwerden. Für jeden Tod von Alex müssen wir alle einen Euro spenden. Das ist ein Saufspiel, Leute. Nichts mit Reichwerden. Obwohl, das ist auch gut. Super Idee. Was redest du da? Beste Idee. Ja, und ein Saufspiel. Das nächste Mal versammeln wir uns alle. Wenn ihr spendet, kommt ihr im Chat vor. Und ich bedanke mich bei euch. Die nah beieinander wohnen, die treffen sich zum Spremen. Und bei jedem Tod gibt's einen kurzen. So viel Geld verdiene ich den Schülern nicht. Na? Ja. Bis jetzt gab es auch nur zwei Spenden. Das ist auch total okay. Nur? Ich weiß, ich weiß. Ich hab dir auch schon genug gespendet. Bist du die Freundin von Alex? Nein. Ich bin seine Mutter. Das haben wir vorhin schon geklärt. Ja, sie ist meine Freundin. Nein, ich bin seine Mutter. Ich bin gut gehalten. Die, 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 die Großmutter. Alter. Hey. Du legst nicht so weit aus dem Fenster. Vorsicht, Freundchen. Wo ist denn? So, jetzt gehen wir mal sterben. Also wenn du so da rangehst, ne? Muti, wadiere dich doch mal. Muti, wadiere dich doch mal, du. Ne, Muti, wadiere dich doch mal. So, ab auf den Schwanz. Zweihand. Ja. Oh Mann. Ja, ich komme immer so schlecht an den Schwanz ran. Warte mal. Der verschwindet ja auch im Dach. So. Hi, Freunde von Alex. Freunde von Alex heißt Sanne. Ne, alles gut. Schwanz ab. Oh Mann. Das ist so ein Pinne. Jetzt aber. Ey. Alex singt. Sag mal, was ist das? Hey. Wie man meinen Namen abbringt. Warte, warte, warte. Ich muss mich grad rein. Boah. Hast du gesehen, wie knapp das war? Nein, hast du nicht. Deathcounter? Äh, was war das? 25? Ja, war wieso. 26? 30? Kommt hin, kommt alles hin. Oft. Ich muss endlich an seinen verdammten Schwanz kommen. Und das sagt man. Und das sagt ein Mann. Wohlgemerkt. Ey. Jetzt landet er schon und macht sofort einen Schlag. Die Glocke, die du am Anfang des Kampfes gehört hast, war ein anderer Spieler, der den Kampf gewonnen hat und die Glocke dahinter geläutet hat. Ne, ist ja schön, dass er dazu gewonnen hat. Klasse für ihn. Ey. Wieso komme ich immer nicht an ihn ran? Was mache ich denn falsch? Vor allem, es kommt vielleicht ein zweiter. Das war komisch. Vielleicht kommt ein zweiter. Mir ist so am Arsch. Morgens? Der ist doch sofort wieder weg. Wo ist denn es zum Abrunden? Ne, ne, ne. Ich hätte das gleiche Problem, ich hätte gehofft, dass es auch nur... Den Schwanz habe ich jetzt endlich mal erwischt. Ja, aber? Aber er ist noch dran. Ja, ich habe ja keine Sorgen, ne. Aber er kann vorher gespannen. Ja, deswegen ist es total fair. Oh Mann. Ich muss den ersten wirklich sofort... Ich muss den killen. Ja, du darfst ihn nur auf sein. Du bist zu sehr auf seinen Schwanz fixiert. Der hat bestimmt auch schöne Augen. Ich muss erst mal klarkommen hier, wie ich an den rankomme, richtig? Fängt das so an wie letztes Mal? Oder kannst du laut sagen? Wie heißt das wie letztes Mal? Das ist Dark Souls. Aber wir sind ja alle ganz stolz auf ihn, ne? Er macht den Stupi toll. Wir sind sofort den Kopf weg. Yuppi, verachtende Grüße an alle. Ja, genau.